und damit ein herzlich willkommen zur neuen folge von dies das ananas jetzt schon stellt euch vor die 50 folge und axel futtert hier noch im hintergrund wie wollen heute ist erst mal der 18 zehnte und ja axel warum futterst du jetzt werden wir nehmen gerade na gut es ist mittagszeit aber ich habe schon gehört du bist stets um achte auf warum bist du jetzt erst was und vor allem könnt ihr wollen wir ein kleines quiz machen gleich am anfang was hat axel sich gemacht keiner sieht es keiner sieht axel weiß noch mal bitte ab dann wissen die leute bestimmt was du da gemacht achtung hört genau zu ja ein kleiner tipp es war in der letzten folge kurz thema achtung und ich werde gleich das mikro ausmachen wenn ich nebenbei abbeißen okay bitte 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 ja ja wie gesagt schon ich bin robert und axel sitzt mir wieder im fernen internet zugeschaltet axel wie geht's hier mit sehr gut so wird man noch drei sekunden das fängt ja schon wieder super super toll an jetzt wird axel auch noch was trinken hier ja mir geht's super ich habe in der letzten zeit wieder einiges erlebt davon möchte heute erzählen zum beispiel in kreta urlaub dann nur am urlaub machen der mann nur am urlaub machen und du hast jetzt erst den urlaub deshalb nehmen wir auch die folge heute schon etwas früher auf ja weil organisatorisch ich muss halt auch mal ein bisschen entspannen ich muss auch mal den computer auslassen ja kann ja nicht wahr sein hier ich bekämpfe zurzeit dieses und dieses ja sorry dass ich unterbreche aber dieses jahr werden wir sogar so machen dass axel seine technik nicht mitnimmt in den letzten zwei jahren hat er sie immer mitgenommen in den urlaub und diesmal haben wir uns beide dafür entschieden dass axel einfach mal das ruhen lässt und einfach mal ein bisschen chillt auf der couch dass du bist richtig süß zu mir dieses jahr muss ich sagen du hast ein richtig du hast bei dir dein dein sweetness level gegenüber axel ist irgendwie gestiegen du nimmst viel mehr rücksicht ist mir mal aufgefallen jetzt mal ernsthaft so mit ganz kleinen aktionen ja wo du sagst ach guck mal da hat axel eine befindlichkeit oder er braucht mal eine pause oder so sei es dass wir im biergarten aufnehmen und sagen axel ich such dir einen platz im schatten schichten warum ich mal ich mag ich mag dich robert aber das ist auch ganz gut das ist auch bei mir gerade ein thema also jetzt ist es nicht deswegen also das war jetzt einfach wirklich organisatorisch dass wir gesagt haben wir nehmen jetzt schon ein paar tage vorher auf ich bekämpfe zurzeit also ich weiß ja selber von mir ich habe eine ganz ganz große sucht entwickelt die letzten jahre nach medien und dieses jahr hat sich das gesteigert bei mir ich bin wirklich extrem handysüchtig derzeit und das macht sich bei mir vor allem da angeht bemerkbar dass ich egal was ich mache auf wenn ich zu hause zum beispiel bin auf der couch liege oder so da kann ein super spannender film laufen im fernsehen oder wie auch immer ich habe immer mein handy in der hand und daddel irgendwie rum ja ja das kenne ich auch genau das gleiche problem habe ich auch deshalb haben meine freundin und ich jetzt schon mal eine regel eingeführt und zwar kein handy am esstisch sehr gut total angenehm ist es man man vermisst es dann auch nicht weil man hat erstmal redet oder man hat einfach ein bisschen ruhe oder sowas in der richtung aber so gesehen erst mal da nicht aber ja ist mir auch in der letzten zeit sehr viel aufgefallen dass sobald ich mir einen film geholt habe hier bei amazon oder sowas für 99 cent ja lasse ich trotzdem mein handy dazu laufen das ist schrecklich früher habe ich filme ohne ende geguckt so anderthalb zwei stunden durch habe mich darauf voll konzentriert heute eher mehr das handy ja es ist wirklich ganz ganz schlimm ich meine es ist ja gut dass man selber weiß war dass man dass man das selber auch ein bisschen kapiert und jetzt so wie ihr beispielsweise auch maßnahmen ergreift wo ihr sagt einfach mal am essenstisch oder so bei mir ist es halt wie gesagt wirklich genau so und wie es gerade beschrieben hat auf arbeit habe ich das ziemlich gut unter kontrolle auch gestern zum beispiel war ich noch mal kurz für eine stunde mit chris da kann ich gleich noch mal drüber erzählen war ich zum beispiel biergarten das heißt wenn ich zum beispiel oder mit euch in der kuba oder wie auch immer bin da bin ich auch nicht am handy so also da habe ich schon eine klare grenze aber sobald ich für mich bin bin ich am handy und das will ich jetzt endlich mal bekämpfen ich will allein also ich will einfach diesen diesen drang diese diesen instinkt in meine hand gefühlt muskulär schon ausführt so mal gucken ob da gerade was ist dem will ich einfach komplett bekämpfen ich habe jetzt zum beispiel ich habe es noch nicht final richtig perfekt eingestellt das funktioniert noch nicht zu 100 prozent wie es mir vorstelle aber schon ganz gut habe zum beispiel jetzt mal von von fast allen apps die push-up benachrichtigungen ausgeschaltet habe bei whatsapp die benachrichtigung ausgeschaltet das heißt ich kriege jetzt und so ist mein idealzustand es hat heute irgendwie nicht so funktioniert wie ich es mir dachte aber gestern schon sehr sehr gut zum beispiel da kann jetzt kommen was will da kann mir einer schreiben was will ich kriege keine benachrichtigung mehr ich muss aktiv reingehen in whatsapp um das zu sehen seht ihr seht ihr leute wenn ich da mal axel erreichen will dann dauert das mindestens zwei drei tage bis es sich immer bei mir meldet da kannst du auch einen brief schicken und ich meine ich meine ich bin ja nach wie vor erreichbar mein telefonweste für notfälle oder wie auch immer wer mich wirklich erreichen will erreicht doch darüber oder ich sag mal wenn wenn ja man einfach noch ein bisschen gedulden kann ich meine wann kriegst du mal eine whatsapp nachricht die du jetzt sofort beantworten musst das ist ja das seltenste so und wer das weiß der kann ja dann immer noch sagen okay jetzt schicke ich ihm halt eine sms oder irgendwas weil weiß ich nicht wir gerade verabredet sind wo bist du wo bleibst du das ist ja dein ding immer wenn wir uns da bist du ja allmann wenn wir uns 18 uhr irgendwo treffen ja ich fahre so hin dass ich genau 18 uhr ankomme oder 18 uhr eins dann kommt um 17 uhr 55 spätestens kommt die nachricht von robert dicker ich bin da wo bist du ja ja kommt aber axel ist dann immer so ja du 18 30 wenn axel den termin wenn axel dann sagt hey wir treffen uns 18 30 da da und da okay ich bin 18 15 da gewesen weil ich bin mit auto gefahren und hatte da ein bisschen zeit und so fünf minuten vor 18 30 frage ich ihn und wie weit seid ihr oder wo bist du gerade ja ich fahre hier noch ein bisschen rum und dann kommt er erst 18 uhr 45 habe ich habe gesagt ich habe gesagt wir suchen gerade einen parkplatz früher früher war das noch noch schlimmer weißt du da bist du schon losgelaufen zur bahn und dann heißt es du robert ich nehme eine bahn später also ich bin schon fast bei der bahn fast bei der bahn und dann muss ich noch mal zehn minuten extra stehen im sommer total widerlich weil warm und im winter noch widerlicher weil kalt also axel ja ja so ist das eben manchmal da unterscheiden wir uns ein ganz kleines bisschen aber ich finde es irgendwie witzig ich weiß schon immer wenn wir es ist auch immer es ist zum beispiel auch genau das gleiche wenn wir weiß ich nicht uns wo du noch hier in der gegend gewohnt hast wenn wir zusammen mit der bahn in die city rein sind weil wir irgendwie im biergarten wollten oder was der geile was immer die frage wo sitzt du ich sitze immer an der gleichen stelle in der bahn in der gleiche wagen letztes mal saßt du wo anders da habe ich dich dann aber auch informiert proaktiv ja ja aber aber trotzdem du saß dann wo anders das stimmt ja ich habe dann schon irgendwann hatte ich mir mal so ich habe es dann glaube ich weiß gar nicht ob ich das abgeschickt hatte hatte irgendwann mir so eine s-bahn mal rausgesucht und hat dann da so das eingekreist da nein das hast du mir noch nie geschickt gehabt ja genau da dachte ich in dem moment nee ich will ihn ja jetzt nicht unnötig ärgern wir waren wir waren ja jetzt die woche waren wir auch zusammen beim eishockey das war nämlich genau die situation von der gesprochen hast hier mit 18 30 und so und ich muss wirklich mal fragen also ich meine ich kenne dich ich mag dich alles drum und dran ich weiß du bist digital pay und du kannst es nicht verstehen dass menschen das lehnen keine kreditkarten akzeptieren also alles gut wie sich das verstehe ich und so weiter ja das bist dann eben auch du aber robert wir beide waren jetzt die letzten tage im welbisch palast im sportforum hohen schonhausen unsere jugend kindheit hut ja da waren wir hunderte male zu eishockey spielen so wie hat man also wer das nicht kennt dort gibt es eine ehrliche bratwurst da gibt es eine ehrliche bier also nicht so hochgezüchtet wie in irgendwelchen multifunktionsanrägen robert wie zahlt man dort das verstehe ich bis heute nicht bar ganz ohne scheiß ohne scheiß dass ich dachte wenigstens im valley sind jetzt schon so ja so up to date und so was dass sie sich so kleine geräte gekauft haben oder so aber nein man muss da immer noch bar bezahlen das verstehe ich bis heute nicht ganz ehrlich ja ohne scheiß deutschland ist das da habe ich selber gemeint an das einzige land wo wo du nicht wo wo es läden gibt wo du nicht einfach mal mit karte zahlen kannst ohne scheiß wo ich in griechenland war dazu komme ich gleich noch ich war ich war den urlaub den letzten war ich in griechenland und selbst der kleinste kaffee dort weißt du wo man denkt oh gott der die bude fällt mir auseinander da konnte ich mit karte zahlen selbst mit kreditkarte ja gut okay aber trotzdem robert wie feier bist du schon von von deiner heimat hier ja wir reden hier von einem welbisch palast da passen nicht mal 5000 menschen rein da hast du noch eine ehrliche kloputz frau mit ost berliner dialekt ja und robert kommt an und sagt sag mal kann man ja eigentlich irgendwo noch geld abheben und ich denke mir so alter ja aber trotzdem es kann doch nicht einfach so so wahr sein also ich finde es natürlich kann das sein mann nein kann es nicht das ist kacke wir leben im 21 jahr nee 22 in deiner potsdamer wild okay ja ist in ordnung da günter ja auch hat das ganze ding da schön verkabelt oder überall moment weiß ich nicht moment gestern hatte ich schon wieder ein beispiel da bin ich im blumenladen war bei dhl paket abgeben und da habe ich dann noch einen kleinen streuschen von meiner freundin gekauft da sagt die denn genau da sagt dann auch wenn wir die verkäuferin also ich frage so kann ich mit karte zahlen ja so gehe ich ran und da halte ich mein handy hin da sagt sie nehmen mit handy geht nicht brauche schon eine richtige karte okay ich wollte ich meine karte rausholen aber nur ec karte scheiße weil die dkb gibt nur noch nur noch visa debit karten und visa kredit karten aus die dkb ist einfach zu fortschrittlich offensichtlich das thema hatten wir ja schon mal mit einer arzt rechnung aber ich habe letztens erst gelesen dass das komplette ec system ec kartensystem in deutschland bald aus ist also es wird nicht mehr stattfinden wie du kannst du nicht mehr mit ec karte zahlen oder kann nee ec karte wird generell eingestampft zum beispiel einige sparkassen gehen jetzt auch schon auf visa debit karten oder mastercard debit karten so was habe ich da gemacht bin dann ein euro net euro net diese kleinen gelben ja diese kleinen gelben die eigentlich noch geld gebühren abziehen ich habe jetzt noch nicht geguckt wie viel gebühren der automat hat mir noch nicht mal angezeigt ob es da gebühren gibt so ich bin geld geholt und ab dem streuschen gekauft aber trotzdem ohne scheiß es ist das kann auch nicht sein jedes verfickte land entschuldigung ist jetzt mal kannst du piepen wenn du willst aber jedes land da kannst du mit karte zahlen egal wo du bist ja ja gut okay aber also ja aber ist es dann nicht auch so würde das nicht bedeuten dass dann jeder gezwungen ist eine kreditkarte zu haben schlussendlich naja du musst auseinanderhalten eine kreditkarte und eine debit card sind sie für eine debit card fungiert wie eine kreditkarte aber ist mit giro konto verbunden eine kreditkarte ist mit einem kreditkarten konto verbunden das ist ein bisschen unterschiedlich und eine debit card zieht gleich das geld von dem konto ab wie eine ja aber wie gesagt es wird halt anders gehandelt dort und was ich auch nicht verstehe es viele auto firmen wo du dir ein auto leihen kannst da kannst du keine debit card hinterlegen weil die nicht da anerkannt ist weil es ja keine richtige kreditkarte ist frag mich nicht war da echt ein bisschen an ich bin generell über dieses thema generell ein bisschen an das triggert dich ein bisschen weil das weiß ich ja total nervt ich habe vor allem habe ich super super punkt ich hätte ich ihnen so gedacht geil ich steige jetzt nur auf debit karten um weil ec karte brauche ich ja nicht so gehe ich zu meinen augenarzt habe da eine untersuchung gehabt sollte die bezahlen weil die halt weil ich die bezahlen musste und dann sagt ihr auf einmal ja wir nehmen nur noch ec karten ich so ich habe aber keine und was machen wir da jetzt dann wir schicken ihnen die rechnung zu ist ja kein problem aber was macht denn der kleine florist da kann ich dann auf einmal keine blumen mehr kaufen oder wie wenn ich keine ec karte mehr habe also robert machen wir mal ein strich unter was ist deine ansage an deutschland verdammte scheiße kriegt das endlich mal mit diesen karten hin dass jeder jeder damit zahlen kann egal ob es eine ec eine visa debit oder eine kreditkarte ist das ist eigentlich müsste es nur eine karte für alles geben aus ende bumms danke für dieses statement robert roberts statement absolut so muss es nämlich laufen ich liebe das einfach naja egal aber das schöne war gewesen wir hatten wirklich wieder einen tollen abend da eigentlich im prinzip wir waren ja beim eishockey das ist halt immer so schön wir waren ja beim eishockey in unserem alter würdigen welbisch palast in berlin hohen schonhausen und es war mal wieder so schön einfach mal diese atmosphäre zu spüren aber habe ich nicht gedacht ohne scheiß habe ich wirklich nicht gedacht dass es wirklich so dass es die atmosphäre von damals ist so 2006 2007 ja jetzt nicht so aber ich muss sagen sie es war immer noch besser vor allem vor allem euro league spiel gegenüber ein d el spiel ja hundertprozentig was die eisbären man muss vielleicht mal zur erklärung sagen so die eisbären berlin im eishockey galten damals wo sie noch in dieser alten hütte da gespielt haben welbisch plast da hast du ein eishockey team besteht aus sechs feldspielern also fünf feldspieler plus ein torhüter und es war immer klar wer im welbisch palast gegen die berlin antritt also in deren höhle sozusagen spielt auch gleichzeitig gegen die fans weil das ist alles kann man sich nicht vorstellen wenn da wirklich ein high endspiel war playoff oder whatever das war so brüllend laut und das ist es hat damals ja ich würde einfach mal behaupten das war die beste stimmung eine der besten stimmungen die man überhaupt in europa haben konnte ja und dann und dann sind wir ich glaube 2008 war das letzte saison im valley sind wir dann umgezogen diese neue multifunktions arena und man muss es einfach so ganz klar sagen die stimmung dieser support diese ganze fernatmosphäre dieser neuen halle ist so brachial schlecht wir sind auf dem ganz ganz unteren plätze in der liga angekommen nicht auswärts wenn wir auswärts fahren immer noch beim buhle ohne ende aber zu hause extrem schlecht und deswegen das ist genau das robert gerade sagt das ist halt so schön gewesen dass wir jetzt endlich mal wieder so eine atmosphäre hatten halbwegs zumindest ich fand die wirklich schon ziemlich ordentlich wieder die ganze halle hat mehr oder weniger mitgemacht auch wir haben gut mitgemacht genau das schöne war wir hatten auch noch 600 gäste fans die waren da die haben auch mal noch ein bisschen gegen gemacht das braucht es ja auch immer um so die stimmung hochzuhalten und dahingehend muss ich wirklich sagen hat mir das super viel spaß gemacht und hat mich extrem erinnert zumindest an gute zeiten und dann und dann kamen die letzten sieben minuten das spiel das war wirklich also ja das ist das also ganz erklären aus deiner sicht was da passiert ist genau aus meiner sicht eisbären also eisbären lagen 3 1 vorne haben mountfield hk also eine tschechische mannschaft hat dann den ausgleich gemacht also 33 und sind mit 34 sogar weitergegangen und dann kam einer der hk die genaue hk fans wollte hinlaufen zu den fanatics also eigentlich schon der der schwarze kern der harte kern der eisbären fans und wollte eigentlich so wie es aussah nur ein foto machen um halt mal ein bisschen so für für die news und sowas weil ich habe den vorher schon ich habe den nämlich vorher schon gesehen bei mountfield dass er da schon sehr viele fotos geschossen hat so und dann hast du schon gesehen ein fan ordner ich habe den wirklich so schnell habe ich noch nie einen fan ordner da unten hin rennen sehen der sofort drin hin und hat gesagt nee geh mal bitte zurück gut anstatt dass der typ einfach sagt okay ich gehe zurück kein problem aber der hätte ja noch nur diskutiert und in dem moment haben es auch die die fans gesehen und sind gleich dahin und gleich so hier ist unser welbisch palast ist unser ding auch ab du penner und gleich sehr aggressiv geworden und dann hat sich das halt ein bisschen aufgepeitscht und dann ging es auch los die polizisten hatten sich dann auch schon bereit gemacht dass es war eine einsatzhundertschaft da mit helm und alles dann hatten wir gesagt deine kollegin war ja auch mit wir haben gesagt du pass auf bevor es jetzt hier richtig heiß wird gehen wir lieber wir sind rausgegangen und da hast du denn auch schon gesehen dass sich da auch noch ein zweiter trupp fertig gemacht hat und ja gut eisbären lagen da schon sechs drei hinten obwohl die zweites drittel drei eins vorne lagen drei sieben haben sie dann verloren aber trotzdem diese dieses aggressive aufpeitschen nur weil ein fan ein gegnerischer fan nur ein foto machen wollte finde ich das schon ein bisschen auch auch diese art und weise wie halt die eisbären fans also nicht jetzt wir sondern eher dieser harte kern die man da nennen kann das ist gleich so aufgepeitscht und aggressiv auf die losgegangen ist und ja also im endeffekt muss man dazu sagen das war halt dankend interessant wir saßen halt einfach genau dazwischen so ja das hat sich alles genau vor unserer nase abgespielt also hätten sagen wir mal beide fernlager wirklich aufeinander was gemacht dann wären wir quasi mittendrin gewesen das war halt so gewesen dass eben da wie so drei vier düdels aus dieser scheiß fanatic szene da so irgendwelche assis die wahrscheinlich sonst keine hobbys haben sich dann wahrscheinlich der mut angetrunken haben und die sehen haben natürlich dass dann da hinten von den tschechen fans vielleicht auch noch mal ein zwei leute irgendwie gestikuliert haben alter das ist nun mal so das ist nun mal so ja und dann sind die dann quasi wollten genau wie robert erzählt hat auf die so ein bisschen los und haben so naja jung spritzer mäßig da rumgepöbelt immer in die hände geklatscht so im sinne von ihr kriegt klatsche und so und dann war halt das interessante dann kam nämlich der eigentliche eisbären kern nämlich die leute die damals auch schon dabei waren und die auch wissen wie eishockey und fan community funktioniert und die haben sich ja fast untereinander geprügelt weil die gesagt haben verpisst euch was soll denn der scheiß regt euch mal ab hier so ungefähr ich habe ja dann auch noch ich hatte der osi und ich habe ja dann in meinem nach meinen drei vier bier habe ich ja auch noch angefangen in seine richtung so ein bisschen zu brüllen so im sinne von da bist du eigentlich bescheuert oder so du hast du hast du hast du hast einen satz gesagt der hat mir ein bisschen wehgetan ja gut okay aber der war nicht der war nicht ganz unrealistisch muss man aber nicht eher sehr unrealistisches pasta aber aber der hat mir ein bisschen wehgetan kannst du sag den satz war teig gesagt scheiß osten genau scheiß osten die aussis lernst einfach nicht weil ich einfach so brand sauer war in dem moment dass das irgendwelche idioten da wieder nicht hinbekommen ich habe mich dann auch abgeräumt weil ich wusste okay ich bin ja hier nicht alleine wenn ich jetzt im ärger auf mich ziehe dann betrifft ja noch andere hier und habe dann gesagt okay kommt lasst abhauen hier weil das ding ist weißt du auch zum beispiel die tschechen fans 600 fans also das waren alles friedliche leute ja klar die hatten die hatten schon mal getankt da war keine aggressiv ohne scheiß vor allem vor dem spiel da hast du ja gesagt guck mal da hinten der stand da sind wir dann zu so einem getränkestand hingegangen auf einmal kamen die ganzen mountfield fans an die 600 leute und ich stand da mit meinem eisbären trikot axel und also du und deine kollegin ihr hattet ja gar nichts irgendwie und ich hatte so okay ein bisschen schiss aber ohne scheiß ich habe dann gemerkt die haben nichts gemacht die waren einfach nur da die haben ihr bierchen getrunken was gefuttert dann sind die reingegangen haben sich das spiel angeguckt auch nicht stimmung gemacht also ja es ist einfach traurig dass dann immer wegen so kleinigkeiten also im endeffekt wenn man ganz ehrlich es ist ja eigentlich nichts passiert so da wurde halt gepöbelt aber allein dass es wieder zu so einer situation kommt dass da wirklich polizisten rein müssen nicht so viel also nicht so wenig und sogar einfach hochgradig peinlich gerade wenn man mal überlegt wir haben ja wirklich und robert und da haben du und ich auch mit unserer art wie wir mit eishockey umgegangen sind vor ort auch immer zu beigetragen wir haben ja alle als community dort immer so ein image aus den 90er jahren abgelegt dadurch dass wir eben friedlich waren dass wir zwar auch auswärts auch gepöbelt haben aber nie jetzt im sinne von aggressiv war das war alles immer auf friedlicher ebene so spiel vorbei wir trinken zusammen bierchen und so weiter und dann passieren so eine kleinigkeiten wo ich mir dann einfach denke ach fickt euch einfach ihr macht mir gerade mein erlebnis hier kaputt und genau genau das neben uns saß ja auch noch dann so eine kleine also eine familie mit dem mit dem junior so der junior der ich weiß nicht ob das sein erstes spiel im valley war ich vermute es der war vielleicht sagen wir mal sieben jahre alt der ist mitgegangen von minute eins an der hat spaß gehabt der konnte die texte der hat damit geklatscht hat sich so das fantum angeguckt der war richtig hat es so aufgesogen so und wo wir dann raus sind sagt dann noch zu seinem augenscheinlichen papa da ich sage schnappt euch mal euren juni da waren ja nur noch dreieinhalb minuten oder so auf der uhr schnappt euch schnappt euch mal euren junior und haut mal lieber auch hier mit ab so ungefähr und er noch er war wahrscheinlich ein bisschen verdutzt und hat erst mal so na gut okay ist halt dein bier und dann gehen wir raus so und laufen dann den weg mit immer waren die genau hinter uns hat frau schien wahrscheinlich gesagt so wir hauen jetzt hier ab naja aber diese art und weise halt ja so ein bisschen pöbeln ist okay aber auch nicht so gleich so aggressiv sein dass man nach egal gut kommt es passiert ich habe auch nichts weiter darüber gelesen in den news oder sowas also hat es gab dann wohl keine zünftige schlägerei nein 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 die polizei war ja dann da genau dicker ich war ich bin gestern unterwegs gewesen ich war gestern bei das erste mal ich habe mich mit chris hier drauf und christina hier auch noch aus comedy speziale und so weiter kennt hat schon paar mal mitgemacht hier seine stimme werden wir auch gleich und heute noch mal hören wir waren im haxlays da neukölln hermannplatz ja und dort hatte mickey beisenherz hat ja so ein podcast apokalypse und filterkaffee und wo er sich ja immer gäste einlädt und so der ist gerade auf tour das heißt er geht von stadt zu stadt nimmt da sein podcast auf oder so wie gestern nimmt nicht auf aber macht quasi dieses prozedere mit gästen gestern die gäste die waren jetzt nicht so hochkarätig aber zum beispiel am tag davor oder in köln war war zum beispiel tommy schmidt da und so und jetzt demnächst in münchen ist gebück auch jakob lund zum beispiel auch mit dabei okay ganz 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 kurz thema also ich würde das jetzt nicht mies machen oder so aber thema mickey beisenherz ich höre nur diesen namen ich weiß aber nicht wer dieser mann ist ich weiß auch nicht was er alles gemacht hat ich weiß gar nicht was er was ich kenne nur ich höre immer nur so ja mickey beisenherz mit denen habe ich schon so viel gemacht ich sitze immer nur da ja schön aber wer ist mickey beisenherz mickey beisenherz also wenn du ihn siehst dann wirst du ihn glaube ich erkennen weil du ihn schon ein paar mal dann wahrscheinlich wenigstens im rtl oder so wahrgenommen haben wirst der typ ist alles was du jemals im bereich von rtl und atze schröder mit comedy zum beispiel gesehen hast kannst du davon ausgehen da war mickey beisenherz er ist so gag schreiber und alles drum und dran der macht im dschungel camp macht er die gags und so sowie 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 böhmermann und klaas mal für harald schmidt geschrieben haben die witze whatever so genau so in die richtung und und der ist auch sehr politisch macht dann eben mit so einem podcaster egal woher ich eigentlich hinaus wollte ist wir waren eben da gewesen und das war wirklich mal interessant ich war das erste mal weil ich konnte mir das immer nie vorstellen dass leute live podcast machen mit zuschauern so und war da alter das war ich hab mal ich hab mal ein ganz ganz kurzen ausschnitt damit ihr mal wisst ungefähr vielleicht erkennst du ihn auch von der stimme wer das war und was ja da so wie das programm ungefähr aufgebaut war achtung geht doch halbe minute gibt es so ein bild da beugt sich merkel über schäuble und dann haben sie hier so eine sprechblase reingelegt dass merkel sich über schäuble läuft im zusammenhang der bundespräsidenten nominierung und da sagt sie tut mir leid wolfgang aber ich kann doch keinen zum bundespräsidenten machen der meine schießerei verwickelt war also es ist sehr comedy lastig natürlich auch an der stelle aber auch mal ein bisschen politisch und chris und ich haben dann auf dem rückweg aber noch mal versucht ein kleines resümee aufzunehmen aufzunehmen weil ich mal gefragt habe chris wie hat es dir denn gefallen so was passiert lassen sind sie beim kurs am auto der so lieb der fährt mich nach hause chris wir haben jetzt mal erst mal live podcast mal mit erlebt also für mich war das erste mal für dich oder ja für mich war es auch das erste mal und wenn immer noch hin und weg also ich muss sagen ich für den ersten müde an drei stunden die voller spannung und ekstase war sowas dann doch nicht aber auf jeden fall man drei stunden die schon auf den stühlen auf jeden fall gezerrt haben nicht also ich hab auf jeden fall genau zugeguckt robert ich weiß jetzt genau wie man live podcast macht genau robert hört es gut an nächstes jahr will ich neuen haxleys bei euch vorne erste reihe sitzen aber hallo erste reihe genau und bei uns wir unsere getränke werden bei uns auf jeden fall schneller kommen insgesamt einfach weniger politik aber das laufen wir eh nicht gefahr dass wir da in die richtung abdriften ja und bitte nicht drei stunden drei stunden war echt ein bisschen zu viel ja das stimmt und die stühle waren extrem anstrengend sehr anstrengend und aber lasst bitte die top 3 drin top 3 müssen auf jeden fall auch live gespielt werden genau das heißt ich bin jetzt gleich zu hause dankenswerterweise an christ der fährt mich noch nach hause hier und du hast morgen auch noch mal anscheinend gedacht du musst morgen noch mal weiterfahren dienstlich und schaffst du das dann noch zum morgen deine top 3 hoffen zu nehmen ja ich hoffe also ich werde heute nacht noch wenn ich dann gegen halb vier zu hause bin noch die top 3 aufnehmen und die schicken und aber sehr schön so aufpassen hier war dass wir nicht in den gegenwacker geraten und dann haben wir es auch gleich geschafft so alles klar tschüssi tschau so genau also drei stunden gegen die anscheinend drei stunden haben wir war da schon eine halbe stunde vorher drin die stühle waren so unbequem sagt ihr also da hätte haxleys ja das hätten sie ein bisschen besser machen können schöne war wir hatten das war nicht ganz ausverkauft dadurch hatten wir immer mal links von uns und rechts von uns ein bisschen platz und ohne scheiß so ein pech kannst du manchmal gar nicht haben war wir waren ja dann in der pause wollten beide rauchen wollte man die luft wir gehen damit irgendwie 20 anderen leuten unten durch zum ausgang oder eingang ja ihr müsst wieder nach oben da ist dann so eine extra terrasse kann euch jetzt nicht herauslassen okay fehlt tritt eins wir gehen hoch rauchen eine gehen an die bar und haben die langsamste schlange da ging nichts voran die kassiererin war einfach weg die war mit einmal weg vor uns stand auch ein typ der hatte schon bestellt der hat einfach nichts bekommen oder nur die hälfte seiner getränke wir haben bestimmt 20 minuten direkt an der kasse gestanden und gewartet dass wir endlich unsere getränke bekommen naja egal aber war mal ganz interessant mal so was live zu erleben und robert kenn mich jetzt aus ja also wenn wir dann sagen wir machen live podcast wir laden uns die leute ein ich weiß worauf es ankommt okay das hört sich schon mal gut an aber ich denke wenn wir noch mal pack also wenn wir mal schaffen mit dem haxleys nächstes jahr das zu machen ich glaube die erste reihe ist sicher noch nicht mal voll also die erste reihe es wird bestuhlt sein ja aber es gibt nicht sehr viele stühle wahrscheinlich irgendwo schön in mitte des raums zu stellen noch irgendwie corona corona konform fünf meter auseinander ja genau und dann hast du dann ebenso weißt du nach reihe eins ist dann die halle so abgehangen ja genau so in etwa war auch das erste mal war ich in diesem haxleys so ich wusste ja dass da irgendwie so konzerte und so gespielt werden auch und war aber eigentlich eine schöne location muss ich sagen also haxleys war ich jetzt auch noch nie aber es soll sehr also ich habe gehört viel metal und sowas da gespielt werden rock metal und sowas keine ahnung also sieht auch relativ edel aus also haben sie ganz hübsch gemacht da drin alles das ist ganz ist ganz ordentlich kann man mal machen aber wenn wir podcast irgendwann mal live machen robert in zehn jahren dann füllen wir das olympiastadion so so ja okay 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 wenn wir es füllen dann möchte ich eine 360 grad bühne haben und zwar in der mitte damit wir auch den kompletten den kompletten sitz rang also komplett oben alles wo sitzen können voll kriegen ja das das finde ich eine sehr gute idee plus ich hätte ganz gerne wie damals wie ich bei der in our two world bei pink war im konzert möchte ich ganz gerne durch durch die durch die arena oder durch die das stadion schweben hatte ja dann so sieben acht neun zehn strippen und vier an sich dran gehabt und flog dann wurde gezogen durch die ganze halle wir saßen im oberrang ja die war ungefähr zehn meter vor mir in der luft hat herumgesungen und ich und ich mich und ich möchte unbedingt sehr viel pyro haben sehr viel pyro so jede alle fünf minuten muss irgendwo eine pyro hochgehen ja hundertprozentig wir brauchen cheerleader ja ja würde ich auch machen also 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 auch die also ab 18 dann erst wie sieht es aus mit vorprogramm wer macht vorprogramm soll es eine band sein soll es soll es ein comedy typ sein oder irgendwie also ich würde ich meine man kann ja auch zwei vor 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 bands machen also einmal die ärzte würde ich sagen vielleicht in kollaboration mit den toten hosen als als erstes vorband und dann comedian was hast du aber vor wen hast du da also ich hätte ich würde sagen einfach nur olaf schubert fände ich ganz witzig oder schubert fände ich jetzt nicht so witzig weißt du was dann dann holen wir uns einfach ohne scheiß dann dann holen wir uns einfach jan jan böhmermann und ollie schulz dann nehmen die so ein zehn minuten podcast auf damit oder wir geben so newcomern so was wie wie Felix lobrecht der darf dann bei uns auftreten damit er auch mal weiß wie oder 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 den typen der der vor Felix lobrecht gesprochen hat denn nur ich glaube so zehn minuten lang das wort penis gesagt etwas zu oft hat er das wort penis wohlgemerkt das wort also wir arbeiten an dem konzept wir arbeiten an dem konzept das machen wir dann weiß ich nicht wir fragen sogar vorher nach was möchtet ihr haben was wünscht ihr euch genau richtig ihr dürft sogar entscheiden welche getränke es gibt und ihr dürft ihr dürft ein signature ein signature essen darf auf der im bis quasi rauf sind könnt ihr dann entscheiden signature drink ist kuba libre stimmt wir gehen und wir gehen zu unserer lieblingsbar kuba und sagen ihr dürft dort einen stand aufmachen richtig genau nee nee die übernehmen das komplette die verteilen nur die drinks dort und zwar nur an uns und 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 signature essen ist irgendwas mit ananas pizza also pizza hawaii pizza toast irgendwas sowas oder hawaii toast oder sowas in der richtung weißt du ja ja finde ich gut und für das zwischenprogramm so ein bisschen warm up holmer thomas katschalk rein genau finde ich finde ich mit mike krüger zusammen und otto so damit haben wir sie alle ihr habt übrigens schon gehört als er chris gehört hat ich hatte ihn mir dann gefragt ob er dann seine top 3 einreicht ja ja richtig wir haben heute eine top 3 die besonders wird werden wir nachher noch mal zu kommen hat doch einen besonderen grund weil robert welche folge haben wir heute noch mal die fünfzigste folge mensch noch zwei folgen mehr und ihr könnt ihr wir könnt nächstes jahr wenn ihr die folgen nächstes jahr anfangt in der ersten woche des jahres und immer eine woche weiterhört dann habt ihr ein jahr lang jede woche dies das ananas boah alter das schon das schon krass also ladet euch am besten alle folgen runter sollte mal internet demnächst hier komplett ausfallen genau einfach mit archivieren einfach archivieren und arsch trifft es ganz gut dicker scheren du warst im urlaub du warst auf kreter oder wo warst du auf kreter genau auf kreter erzähl mal wo wie lange wart er da und so wie war hat wir waren eine woche da und war eigentlich folge also wir sind dort ja hingeflogen dann sind wir erst mal mit dem bus also der wir hatten einen riesengroßen bus da waren insgesamt sechs personen mit busfahrern drin der uns erstmal verschiedene hotels gefahren hat wir waren das letzte wir haben wirklich über eine stunde gebaut bis zum hotel das war komplett abgeschottet dort war wie seine eigene welt war total geil da sind wir erst mal angekommen und da sagte die an der rezeption ja wir haben alle schon vorbereitet aber gehen erst mal runter ins restaurant was essen weil das macht nämlich gleich zu okay wie denn erst mal unten super ist mein teller voll ja am nächsten tag dann ja genau dann sind wir hoch haben unser zimmer bekommen und dann nächsten tag ging es dann los mit den ersten und zwar drinks holen und an den strand besser gesagt an so ein wie soll man sagen stein plateau da haben uns hingesetzt und bis in die sonne brutzeln lassen und immer weiter drinks getrunken das war auch mal ins wasser gegangen und dann habe ich mich so gewundert was was ist denn das da da hat mich irgendwas gezwickt ja habe ich dir mal gelesen in auf kreta im wasser gibt es beißende fische nein wenn du dich nicht bewegst dann eigentlich sollen die er knabbern aber die sind halt sehr aggressiv durch klima werbung die sind auch genervt die sind auch genervt dass es so warm ist die beißen mittlerweile richtig zu echt mal so und dann habe ich mir in den ersten drei vier tagen habe ich mir nur verletzungen zugezogen blasen gelaufen rücken aufgeschrammt ach frag nicht ich habe alles alles durch ja man kann man kann man kann man kann mit dir aber auch nirgendwo hingehen also ernsthaft sondern haben wir auch uns auch mal haben wir uns dann auch mal ein auto aus ausgeliehen sind wir dann mal über kreta gefahren so ein bisschen wir haben uns erst eine olivenöl farm angeguckt haben wir ein sehr leckeres olivenöl gekauft hat man nicht so macht genau und dann sind wir noch an einem strand das war ein turistrand erst mal da hinzukommen war nackt das war einfach nur acker wo wir da lang gefahren sind und dann mussten wir noch laufen und dann waren da boote und die boote kamen immer wieder und immer mehr turist na gut dann sind wir dann abgehauen sind wir zum anderen strand am adw wirklich wir waren auf kreta am adw da war nichts los waren drei häuser vier häuser also drei bis vier häuser da haben leute wahrscheinlich gewohnt und da war dann irgendwie so ein steinstrand aber da erst mal ranzukommen war auch schwierig da war dann so eine kleine treppe da musstest du runter ach frag nicht aber war geil und den rest haben wir dann einfach nur brutzeln lassen wir haben einfach nur ich habe mich nur auf die liege ich habe entspannt ich habe sogar ein buch endlich zu ende gelesen einfach nur entspannung pur und dann komme ich zurück und merke dass ich an meinem bein einen ausschlag habe war ich ja noch beim hautarzt der muss gesagt ja das kann von der sonnencreme kommen gut naja aber hast du hast du dir wenigstens auch noch zusätzlich um die kürten die kirche um zu packen wenigstens noch eine schöne saftige lebensmittelvergiftung noch zugezogen nein nein habe ich gar nicht weil das essen war bombe ja das war richtig leckerer feta so einen leckeren feta habe ich noch nie in meinem leben gegessen okay griechig alter ich würde auch mal gern wieder griechig essen gehen aber aber nicht also du darfst nicht verwechseln das richtige griechisch nicht einfach griechisch weil griechisch ist nämlich kein griechisch das ist turi essen ja gut okay ich möchte ganz gerne mal wieder turi griechisch essen also habt euch auf jeden fall erholt kannst du sagen zwar du ein bisschen weniger weil du körperlich ein bisschen das ging dann ich habe mich dann auch ein bisschen erholt und bin auch echt merke auch wirklich entspannter und so sehr schön und ähm was für ein buch hast du gelesen du hast erzählt du hast gelesen ja ready player two das ist von ready player one der nachfolger und war eigentlich sehr sehr gut okay und könnt ihr euch vorstellen oder könntest du dir vorstellen noch mal nach kreta oder sagst du das nächste mal wieder doch irgendwo anders denn definitiv woanders weil jetzt war ich schon auf kreta vielleicht irgendwann mal wenn ich in rente gehe oder so aber ansonsten jetzt erstmal und zwar dauerhaft dann dauerhaft du ganz ehrlich nicht nicht dauerhaft auf kreta ganz ehrlich das am adw also nein wenn du dann da lebst ja dann nicht mehr wenn du dann da lebst achso naja gut okay egal nee ja apropos urlaub wir nehmen ja die folge heute etwas früher auf und weil du in den urlaub fährst wo fährst du denn hin das ist richtig robert ich fahre in den urlaub und ich finde es auch richtig gut dass du dir meinen screenshot angeguckt hast den ich dazu geschickt habe mit meinen notizen weil da ganz klar draufsteht bevorstehender urlaub bitte nicht thematisieren das machen wir erst wenn es vorbei ist okay dann schneiden wir das mal hier raus alles gut nein nein wir schneiden das hier raus alles gut also ich freue mich ich habe den nächsten urlaub stimmt ich werde ein paar tage einfach mal abschalten und zeit mit familie auch vor allem verbringen und da freue ich mich sehr drauf und einfach wie gesagt um die orga ein bisschen einfacher zu halten nehmen wir das jetzt schon auf und beim nächsten mal in der nächsten folge da kann ich so schön drüber erzählen glaubst du nicht ich werde mich massiv erholen meine leber wahrscheinlich nicht aber der rest meines körpers wird sich massiv erholen davon bin ich fest überzeugt vor allem das schöne ist ich werde wieder zeit ich werde wieder intensiv zeit eine woche mit meinem bruder verbringen so mein bruder und ecker alter eine woche zusammen das ist alle leute drumherum drehen durch ja das weiß ich selber mir reicht eine fahrt nach lauchhammer wieder zurück ach so stimmt das war witzig übrigens das kann ich schon erzählen wenn die folge ja hier rauskommt war das ja jetzt schon gewesen da waren wir dann auch bei backstreet boys bei dem beim konzert jetzt also in die folge rauskommt in der folge woche davor am mittwoch waren wir bei backstreet boys mein bruder und ich noch mit ein paar anderen freunden und wir haben so bock drauf und es wird so witzig werden wir spaßeln schon rum wir machen es natürlich nicht aber witzig wäre halt schon irgendwie mein bruder und ich wir sind so bekloppt dass wir rein theoretisch uns schilder machen könnten so aj brian i love you um so richtig schön die jugend zurückzuholen und wenn die nächste folge dann kommt kann ich ja mal ein bisschen berichten wie es schlussendlich war wir haben tickets für den innenraum dort und ich habe da richtig bock drauf alter backstreet boys das ist so das ist einfach jugend so das ist damit bin ich einfach groß geworden so da habe ich richtig lustig geil 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 auf jeden fall ich habe achso wo wir jetzt bei alten bands und sowas sind aus den 90ern ich habe gestern mit meiner freundin durch zufall bei arte konzert gefunden spice girls live in istanbul von 1996 wo ist es wo findet man das bei arte in auf in der mediathek unter arte concerts alter habe ich habe die noch nie live gesehen aber die sind ja richtig abgegangen ich weiß ja nicht was die gedrohung genommen genommen aber spice girls war schon geil also muss man wirklich sagen das war schon geil hast du den film damals gesehen spice world oder wie der film so schrecklich ich fand den witzig der war so schrecklich aber welche von robert erstmal ohne scheiß versetzt sich noch mal ich will ja nicht sagen wie du heute besser findest aber der robert von damals der ja auch popkulturell auch die spice girls mitbekommen hat und so weiter und so fort welches spice girl fandest du damals am besten welche hat dir am besten gefallen emma emma das dachte ich mir schon die emma irgendwie die meisten fand irgendwie so diese emma diese süße sozusagen bei mir war es die mel c ja diese sporty spice die fand ich immer eins übt okay die hat ja noch ein backflip gemacht und sowas muss ich dir mal angucken muss ich dir mal angucken also in istanbul ja okay klar wir können mal reinziehen aber wir brechen jetzt die folge abwachsen muss erst mal spice girls gucken apropos musik im ausland war ich fand es ja schon interessant hier ihr habt ja vielleicht alle mitbekommen mit dieser melanie müller aber die ist doch da hier mit ihrem hause dann leipzig war alle drum und dran da und damit immer den armen hier oben hat da und alle drum und dran ich fand es ja so witzig dass die da sich da öffentlich hinstellt und sagt irgendwie so ah ich werde voll missverstanden und das ist eine hetzkampagne gegen mich ich wusste ja gar nicht bei wem ich mich da einbiete oder wo ich da quasi gebucht werde ja genau ja genau mädchen so du bist einfach so strunz dumm das tut mir wirklich leid ja und sagt dann das finde ich immer so geil so das macht das macht ja nicht nur sie aber sie hat es halt auch gemacht ja bei insta foto gepostet wo sie da aufgedunsen war mit ihrem hund der sie tröstet und sie hat eine kaffeetasse in der hand oder so das hat auch körperlich was mit mir gemacht leute ich werde jetzt erst mal ein paar tage auszeit nehmen muss das auch erst mal verarbeiten muss mich erholen einen tag später ist sie da ist sie dann erst mal wieder auf playa de palma war schön aufgetreten ob vor so einer rentner truppe da irgendwie also genau ihr publikum auch 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 wieder das ärmlichen gehoben alter das ist also ohne scheiß wie kann man eigentlich so es tut mir wirklich leid wie kann man so dumm sein ich verstehe es einfach nicht und vor allem dann soll sie doch dazu stehen und soll er sagen okay passt auf ja muss ja kein nazi sein oder whatever keine ahnung was aber nein 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 allein schon wenn du den arm hebst zum hitler groß oder so dann ja sagen viele veranstalter nee will ich nicht mehr raus mit dir ja aber das ist so und ich wusste ja nicht mit wem ich da zu tun hatte alter dein neuer partner ist in der szene massiv bekannt das ist der ist nicht unbekannter in der rechten szene dann hast du da irgendwelche ich weiß nicht wie die heißen brotherhood irgendwas keine ahnung das ist eine ganz klar nachgewiesene rechte truppe die da wo die sich da eigentlich wurde gebucht wurde da checkst du vorher nicht du googelst nicht vorher mal bei wem du da auftritt ja genau das ist dieser punkt dass das verstehe ich auch nicht warum also gerade als wenn ich irgendwo auftrete möchte ich schon wissen wo ich hingehe nicht dass du dann irgendwo in düsseldorf stehst und sagst schönen abend köln das wäre auch mal nicht schlecht ja das kann man auch mal bringen sag mal hast du eigentlich letztens die hast du davon gehört oder vielleicht sogar geguckt die wallraff druck über rtl ich habe da mal rein ich habe da mal kurz rein geguckt nachdem ich die mäuse gesehen habe habe ich gedacht okay jetzt ist vorbei das möchte ich nicht mehr sehen ja ich habe ich habe glaube ich ich weiß nicht zwei drei stunden oder so ich meine das kann man sich auch noch in der mediathek irgendwo angucken ich habe ungefähr eine stunde habe ich geguckt dann bin ich irgendwann pennen gegangen es war wirklich also leute das war so ekelhaft das kann ja wohl nicht wahr sein und vor allem das war ja so auch strukturell problem da bei diesen burger king dingern oder bei dem den die da irgendwie gezeigt haben selbst die chefin selbst die chefin von dieser regionalen burger king geschichte da irgendwo in brandenburg oder so die ist ja dann da wo der typ übrigens zum zweiten mal schon verdeckt bei burger king ermittelt hat nein er war schon zum zweiten mal bei burger king das finde ich ja schon mal witzig super da kam dann irgendwann die die chefin an das war eine so lustige szene da kam die chefin an alle alle sind mit einmal so wie mäuse aufgeschreckt so weißt du wenn das licht angeht haben sie irgendwas gemacht ja fragt was ist los was ist los er hatte so eine versteckte kamera an seiner brille irgendwie hatte da immer so mit ihr filmt und dann sagt dir einer ja du musst irgendwas machen schneid irgendwelche gurken oder weiß ich nicht was ja was denn der chefin ist da muss irgendwas machen sie ungefähr und also ja gut okay und dann irgendwann siehst du die chefin in ihrem büro pfeift den typen den verdeckten rtl-wallraff ermittler sozusagen ran und er dann kommt dann so ein ja guten tag was ist denn und sie guckt ihn an du siehst aus wie ein polizist und lacht fängt an zu lachen und der typ auch so hast wieso sehe ich aus wie ein polizist er weiß ich du siehst irgendwie aus wie ein polizisten muss aber selber lachen das hatte ich schon mal ultra witzig und ja und dann war das geile dann sagte sie mit einmal komm mal mit ich zeig dir jetzt mal wie man den burger hier macht war und die hat sich keine hände hier waschen nichts ja nicht die beiden aus dem dreckschwein an der stelle wie eigentlich ihre mitarbeiter in dem moment unfassbar aber ich glaube das ist halt genauso wie weiß ich wenn okay will ich jetzt nicht vergleichen aber ich glaube jetzt wer jetzt wenn man jetzt sagt man will nicht mehr zu burger king wenn man angst hat davor dass die da so eine scheiße raushauen ich glaube ich vermute jetzt mal jetzt ist burger king zumindest in der nächsten zeit das sauberste wo man essen kann naja das problem ist ja burger king hat ja selber keine fialen nur wenig fialen die geben das ja raus die geben ja so eine franchise verträge dass sie sagen ihr kriegt von uns das ganze material und müsst daraus die ganzen burger machen es ist natürlich so dass jeder sein eigener chef ist und die dann einfach sagen okay ich führe jetzt meinen laden dreckig ich führe den anderen ich habe einen anderen laden der dem führe ich sauber weißt du hauptsache ich mache kohle ordentlich kohle damit naja und damit lässt sich glaube ich sehr viel kohle machen du ich habe ich habe du hast mir noch du hast mir noch in den notizen was geschickt hat da muss ich dich unbedingt fragen weil weil kann ich kann ich mir gar nicht vorstellen weil du hast das ding erst neu und zwar der neue sandwich maker soll kaputt sein aber im zweiten satz schreibst du axel nur immer wie nur wie immer dumm das musst du mir mal erklären also ist ja doch nicht kaputt und du hast dich einfach nur dumm angestellt oder wie ja so ungefähr kann man das sagen ne genau ich habe ja erzählt ich habe mein neues sandwich maker so und dann mag ich da den einen tag das stelle ich mich da so hin in meine küche und macht dann den sandwich maker an macht dann mein sandwich mit käse und so und nach nach dem ersten grillvorgang er macht ja immer so er heizt ja auf und dann wartet da wieder dann heizt da wieder auf und so ja und damit immer war das ding aus ich so nee was ist denn jetzt los ist da irgendwo käse irgendwo reingetrofft oder irgendwas konnte nicht erkennen stecker raus steckereien funktioniert nicht exakt man scheiße ich habe ja gesagt habe mir extra die billigvariante geholt weil das hat ja davor zehn jahre auch gehalten und ich habe mich schon so geärgert nach dem naja gut okay dann ist das jetzt eben so und dann so ich glaube zwei drei oder sogar drei tage später will ich bei mir in meiner küche den toaster anschmeißen oder die mikrobe anmachen und denke mir komisch die geht ja gar nicht was ist denn hier los habe ich jetzt einen pech die sicherung ist rausgeknallt und meine erste panikreaktion verdammt der kühlschrank rennt zum kühlschrank alle die lief das lief auf stecker ja genau einmal die eine stecker wand sozusagen da wo passiert ist und dann einmal der kühlschrank und ja dann habe ich dann auch dann das da wieder angemacht und habe den den toaster da reingemacht diesen sandwich maker und dachte ach guck mal funktioniert ja ich habe also was das angeht bin ich manchmal einfach ein trottel gut wenn jetzt halt nichts anderes dran hast an diesen steckdosen und du siehst das halt nicht dann kann man das schon verstehen ich habe aber auch dieses jahr ich habe zu hause schon so oft irgendwie bin ich bin so dieses jahr ich trete immer mal wieder in irgendwelche kleinen fettnäpfchen so ich habe zum beispiel auch hier im sommer irgendwann wo es so brühend heiß war mag mit immer die balkontür die balkontür war offen ich gucke raus mit einmal qualmt es auf meinen balkont aber so richtig böse ach du scheiße was denn da los hier raus das war kurz bevor ich die wohnung verlassen habe weil ich einkaufen wollte da war mein aschenbecher der war halt ganz okay gefüllt zu weil ich weiß nicht überfüllt aber halt okay gefüllt und da war offensichtlich hatte ich meine letzte zigarette nicht gut genug ausgemacht dann stand der aschenbecher zum beispiel in flammen das passiert tipp 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 von mir tipp von mir damit dir das nie wieder passiert auch wenn sie rauchen das ist eine option das stimmt ich habe meine küche habe ich fast abgefackelt die stand mit einmal komplett unter rauch weil ich was gemacht habe im ofen mit käse und habe nicht gecheckt dass das alles untergetropft ist also dieses jahr ich muss mich mal ein bisschen konzentriert ein bisschen aufpassen macht das macht das ja auf jeden fall naja so ist das wollen wir jetzt endlich mal zu der eine einen wichtigen welche heute so viel infos habe über die kategorie die kategorie ohne namen gibt ihm gibt ihm okay gut dann kommen wir doch heute mal und zwar der 18 heute ist der 18 oktober leute dass einiges passiert und zwar 1944 der erste schwere luftangriff auf die stadt bonn verwüstet die innenstadt vollständig da schon krass so und dann eine ganz wichtige info eigentlich und zwar 18 oktober 1977 der deutsche herbst was ist der deutsche herbst und zwar in vor also ein paar tage vorher wurde eine maschine entführt eine lufthansa maschine nach mokadischu also nach somalia gebracht und und zwar die lufthansa maschine landshut die er jetzt wieder seit ich glaube seit zwei drei jahren wieder in deutschland ist weil sie die als museum umgebaut haben und zwar haben sie dort mit der gsg 9 das ist ja eine ganz spezielleinheit diese maschine weil die leute dort rausgeholt die geisel befreit keiner ist gestorben ich weiß nicht ob wie es bei den geiselnehmern aussieht dann am gleichen abend dadurch dass das passiert ist ist in der gott in der jva justizvollzug anstalt stuttgart stammheim haben sich darauf andreas bader gunthron enzlin und jan karl raspe ermordet oder selbstmord begangen wer sind diese drei leuten es sind nämlich die gründer nie nicht die gründer aber sie waren mitglieder der raf stimmt stimmt's achsel das ist richtig robert irgendwas irgendwas mache ich falsch weil du lachst schon wieder ich grinse einfach von mir hin weil das ich glaube 95 prozent der leute wissen wer die waren und was da gewesen ist entschuldigung aber ich vielleicht hört ja irgendwann mal jemand zu in 100 jahren wenn unser podcaster mal da habe ich nicht darüber nachgedacht robert du hast natürlich völlig recht bitte mach weiter ja und dann am gleichen tag deshalb deutscher herbst das gehört nämlich auch noch dazu wurde nämlich hans martin schleier ja am 5 5 september entführt ein politiker und wurde denn halt an dem tag am 18 oktober nachdem hat die landshut gestürmt wurde die drei leute selbstmord begangen haben wurden denn wurde denn martin schleier von seinen entführern erschossen das ist halt der deutsche herbst also genau also das war sozusagen an dem tag ist das quasi gemündet so ganz früh in den deutschen nach deutscher stunde ganz ganz früh kurz nach mitternacht landshut dann haben sie mitbekommen haben sich selber umgebracht dann als rache den typen der war übrigens kein politiker sondern der war sozusagen der arbeitgeber chef wenn man so möchte so vertreter verband und genau genau ich habe aber noch zwei andere und zwar 1967 der zeichentrickfilm das dschungelbuch von den walt disney studios kommt in amerikanischen kinos und jetzt eine kleine ost info noch und zwar weil sie alles war ja westen war alles westlich jetzt westen ne jetzt osten und zwar am 18 oktober 1989 wird egon krenz neuer staats- und parteichef der ddr weil nämlich erich honecker aus persönlichen gründen von seinen ämtern zurückgetreten ist egon krenz hat vor allem des schärfstes egon krenz hat in seiner antrittsrede immer schön das wort wende verwendet benutzt also ich habe noch ein ich habe noch ein heute vor 171 jahren moby dick erscheint erstmals happy birthday du weißt dass es ein dicker großer wahl war ja weiß ich okay hast gelesen nein aber ich habe den film gesehen ja gut okay so weiter jetzt weiter jetzt genau genau musik 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 und ne quatsch geboren mensch was sage ich da genau musik sage ich weil nämlich der erste ist 1926 geboren und zwar chuck berry kennt man ihn von johnny b good ein sehr sehr bekannter song dann 19 am gleichen gleichen tag und zwar im gleichen jahr 1926 klaus kinski wer kennt ihn nicht klaus kinski der der psychopathische schauspieler der gerne mal seine ganzen leute angebrüllt hat so blöd kann keiner sein genau genau aber am besten finde ich immer noch max giermann dass er den so geil nachmachen das ist das ist schon wirklich krass so dann hat ist am 18 oktober 19 39 39 lee harvey oswald geboren er soll der mutmaßliche mörder von john of kennedy sein deine meinung dazu axel war es oder war es nicht oder waren es mehr als nur eine person soll jetzt wirklich meine ehrliche meinung sagen ja der 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 typ hat nicht der typ konnte gar keine waffe abfeuern der war viel zu blöd dafür das habe ich nämlich auch schon in einigen durchgoß mitbekommen dass der eigentlich gar nicht dafür zustimmen dann war es jemand anders wir machen wir machen irgendwann mal machen man verschwörungs folge alles was verschwörungstheorien was er nie auf aufgeklärt wurde genau genau richtig genau und dann hat ist am 19 1952 mal 18 oktober chuck lor geboren chuck lor sagt ihr da was vom namen her sagt man irgendwas aber ich weiß nicht wer das ist und ein half man da mal ein gregg der hat die ganzen serien gemacht und produziert genau dann 1960 john claude van damm und 1987 zeck afron sehr schön damit haben wir den halben wikipedia artikel zu dem tag ich sag ja da war so viele leute drinnen ich ärgere dich doch auch mal wenn ich auch nicht mal was habe ja so dann dann mach du doch jetzt einfach mal diese ganzen gedenktage und feiertage weil du hast die bestimmt wieder alle gelesen und kannst mir jetzt sagen ähm was so passiert am 18 oktober also wir haben wieder verschiedene aktion zum gedenktage wir haben heute tag des schokoladen cupcakes natürlich in den usa die feiern den schokoladen cupcake marketing aktion wer hätte es gedacht ehrentag des hackbratens in den usa der hackbraten ähm hätte auch in deutschland rein theoretischen ehrentag haben können weil es ja auch ziemlich beliebt sagt man aber kann man ja auch jetzt ja noch kann man man kann man man hat baten kann man genau kroatien feiert heute den tag der krawatte äh ich habe nicht nachher geguckt was das für ein tag ist aber ich könnte mir sehr gut vorstellen dass wahrscheinlich irgendeine association kroatische association of krawatting gesagt hat ey lass uns brauchen so einen tag damit die leute mehr krawatten tragen könnte ich mir vorstellen und ähm dann haben wir hier den ohne bart tag in den usa keine ahnung was das soll nee gar nicht bitte nicht also ich ich behalte mein bart ich liebe mein bart ja du hast einen wunderschönen bart danke und ähm und heute haben wir einen offiziellen feiertag in den usa der alaska day bundesstaat alaska hat heute einen feiertag ist das nicht schön herzlichen glückwunsch man mal bitte applaus dazu oh warte ich musste mich mal besser vorbereiten hier applaus so reicht geilo okay und dann äh drück mal bitte den knopf für abschaffen und äh neu einführen oha 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 ist das erste mal dass du von dir aus sagst jetzt willst du was abschaffen zweite mal na dann bin ich mal gespannt dünnerläden mit mehr als drei soße wurst mit äh gesicht käsesoße im kino damit ist jetzt schluss dies das anders schafft ab und verbessert die welt äh nicht aber ohne irgendwas neues dafür einzuführen weil wegen gleichgewicht und so äh dings genau 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 einfach mal äh dings ähm was möchte ich abschaffen und zwar es ist es ist einfach total widerlich ich mag die bis heute gar nicht ähm man kann sie so essen man kann sie in alkohol trinken ja ich rede von der lieben rosine von diesen hässlichen widerlichen kleinen schwarzen dingern die einfach total entweder du machst sie in studentenfutter rein dann also weißt du ich hab mal studentenfutter äh probiert es hat alles nach rosine geschmeckt dieser geschmack rosine ist total widerlich und denk christner äh hier äh wie war das dresdner christstolne rosinen rein so viele dass das schon so widerlich ist mein vater macht auch so viele rosinen rein der legt dir doch vorher irgendwie in alkohol ein oder keine ahnung rosinen gehören für mich total abgeschafft ja zu weintrauben aber nein zu getrockneten weintrauben ja sehr schön also ich bin jetzt auch nicht der weltgrößte rosinen fan ganz im gegenteil ich mag die ehrlich gesagt auch nicht habe allerdings entdeckt für mich ähm ich esse sie ganz gerne mit in diesem studentenfutter genau das ist dieser punkt das schmeckt nämlich alles nach rosine alles so und was möchte ich dafür einführen ähm hat mich vorhin schon als statement eine visa karte für jeden menschen auf der welt damit er einfach überall bezahlen kann warte warte das hat es nochmal verdient das schleift wow danke für dieses statement robert danke ja okay mit dieser visa karte also dagegen nicht mit aber äh muss ich auch nicht ähm ne musst du nicht aber mit rosinen äh triffst den nerv bei mir triffst den nerv ja das ist äh hoffentlich gut und genau wie äh Dönerläden mit mehr als drei Soßen jetzt habe ich dich völlig unterbrochen robert ich muss das abbrechen genau wie Nachos äh im Kino Käse Nachos und äh Dönersoße mit äh Dönerläden mit drei Soßen mit mehr als drei Soßen okay alles klar alles klar Dönerläden mit mehr als drei Soßen Wurst mit äh Gesicht Käsesoße im Kino damit ist jetzt Schluss dies das anders schafft ab und verbessert die Welt äh nicht aber ohne irgendwas Neues dafür einzuführen weil wegen Gleichgewicht und so äh Dings ich war gerade ich muss mich bei dir entschuldigen ich war gerade ein bisschen abgelenkt also ich hab die Folge folgt hab ja auch reagiert aber äh ich hab nämlich gerade noch ganz frisch reinbekommen eine äh eine Zusendung einer unserer treuesten Hörerinnen und Hörern ähm weil die musste jetzt noch frisch mit hier in meine Ablagensysteme eingebaut werden damit ich die gleich abspielen kann ja die ist dir wichtiger als ich wenn ich mal was erzähle das merke ich schon das ist echt wirklich ein bisschen unfair war das ist total unfair weil ich dir immer zuhöre ja okay äh das heißt äh damit könnten wir jetzt ja rein theoretisch anfangen wir haben nämlich heute Robert hat's gesagt eine ganz spezielle äh Situation 50. Folge und ähm wir haben nicht nur äh online bei Insta die Leute abstimmen lassen welches Thema heute drankommt wir haben auch unsere Leute die uns äh hier im Laufe der Zeit immer mal irgendwie begleitet haben sei es nur ein paar Sekunden oder wirklich eine ganze Folge oder wie auch immer plus so zwei drei von den Leuten wo wir sagen die hören uns immer ganz ganz oft zu oder hören uns eigentlich immer zu und unterstützen uns haben wir gefragt ob die nicht mal mitmachen wollen Jopson wollen wir starten mit unserer Top 3 eine Sache noch traf mich wie die nie wieder dazu ein Video von mir selber zu machen ich hasse das ich kann das nicht ab mir zuzugucken wie ich in die Kamera laber das geht gar nicht hau rein ja das ist schön das ist wunderschön Top 3 die Stars Ananas sei dabei Top 3 Feel free mit Robert mit Robert und Axel und vielleicht noch jemand anderen mal gucken aber nochmal ganz kurz dazu für dich und für unser ganze Crowd und unseren ganzen Zuhörer und sowas würde ich das immer wieder machen boah siehste das ist es nämlich das ist Herr Robert hat zwar Statements hat zwar Sachen anzusagen aber am Ende wenn es um die Gemeinschaft geht um das Team da opfert er sich da ist er dabei da ist er unser Mann und euer Mann und jetzt kommen wir zu den Top 3 wie fangen wir an Robert welches Thema haben die Leute ausgewählt im Internet bei Insta was haben sie entschieden was nehmen wir heute als Thema die größten Kaufflops ihres Lebens egal also ich hab mal so ein zwei Flops gefunden drei mit Sternchen ähm ist bei mir also bei mir ist es immer schwierig und zwar kleine Sachen kaufe ich aber an die erinnere ich mich da nicht mehr aber so Flops wenn ich für größere Geräte oder sowas neben ein Handy neben ein Fernseher oder sowas da da hab ich nie einen Flop weil ich mir weil ich mich immer vorher informiere weil ich immer gucke hab ich nie einen Flop eher bei kleinen Sachen aber da hab ich schon was gefunden na sehr gut wunderbar ich würde vorschlagen wir machen das so ähm wir lassen erstmal die die wichtigsten Leute hier zu Wort kommen nämlich die die uns die ganze Zeit unterstützt haben ja und ähm dann machen wir anschließend unsere drei Punkte und ähm die erste Einsendung die wir haben ist ähm von einer ganz treuen Hörerin ähm die äh hört auf den Nickname Mama also bei mir wäre ein Platz zwei wäre ein Kleiderschrank der so instabil war dass er schon beim Aufbau zusammengebrochen ist und Platz eins würde ich sagen ist Couch weil die ist vom Material her und von der von dem Farbton her äh zeigt sie sich Resistenz gegenüber von Reinigungsmitteln eine gute Resistenz ja das ist dann echt ein bisschen blöd bei der Schrankgeschichte war ich live dabei echt jetzt war war das so schlimm dass du beim Aufbau schon zusammengebrochen bist ja das war irgendwas war da nicht richtig und so und dann haben wir oben sozusagen den Deckel da quasi auf den Schrank und so ähm also die das obere Teil quasi und dann ist bam 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 der ganze Schrank zusammengeknallt ja ja mein Bruder meinig stand auch noch mittendrin ähm und hatte der ganze Ding irgendwie auf dem Nacken oder so bekommst du Glück nicht passiert ach du Scheiße habt ihr bei Ikea gekauft ne wir sind nicht mehr wo wir die gekauft haben keine Ahnung aber der Schrank naja der ist dann ähm der war es dann am Ende nicht also ja Möbelstücke sowieso da ähm kann man sich echt aber da hab ich zum Glück auch noch keinen richtigen Fehlkauf glaube ich gehabt bisher war das alles immer in Ordnung aber das Ding oi 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 naja das tat mir auch richtig leid aber gut du musst halt neuer Schrank her und dann war gut so ist das so dann mein lieber juter Freund Jesus ist am Start gib ihm so ihr beiden ähm ja Jesus hier Top 3 äh Fehleinkäufe da äh ich ja die äh Info nur über Whatsapp bekommen habe konnte ich natürlich nicht teilnehmen ja ihr seid wie immer ähm nicht auf alle eingestellt das wäre auch ein Thema für den äh Chefkritiker dass ich immer benachteiligt bin weil ich weder Instagram oder TikTok oder sowas habe ähm ähm egal Top 3 Fehleinkäufe ich hab nur zwei äh stopp 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 komm mal kurz Pause machen das ist auch wieder so ein Ding wie die Kreditkarte es gibt zu viele äh Social Networks es müsste ein Social Network geben wo alle miteinander kommunizieren so sehr gut Entschuldigung ähm egal Top 3 Fehleinkäufe ich hab nur zwei äh meine Top also mein zweites ist Fehleinkäufe bei T-Shirts etc die dann nach einmal waschen verfärben oder halt kaputt gehen gerade aus den Staaten so Designer Klamotten wie Tommy oder so also normale T-Shirts jetzt nicht Polo Shirts oder so die sind dann nach einmal verwaschen gewesen das fand ich nicht so schön und meine Top 1 grundsätzlich Sportmaterialien die ich für meinen Sport brauche Fußballschuhe Torwarthandschuhe wenn ich die aus dem Internet bestellt habe musste ich die grundsätzlich zurückgeben da ähm entweder zu klein oder falsches Material war also ich konnte mir die halt vorher nicht anschauen gerade bei Torwarthandschuhen wichtig wie dick sind die ähm Finger safe etc das heißt ich hab die immer wieder zurückgeschickt und bin dann doch Oldschool mäßig in ein Geschäft gegangen hab mir die vorher angeschaut oder die Schuhe anprobiert und die dann entweder gekauft oder nicht das waren meine Top 2 Fehleinkäufe so oft gehe ich nämlich nicht einkaufen ähm und deswegen nur zwei ich wünsche euch alles alles Gute waren 50 super Erfolgen oder 49 bisher ähm auf weitere 50 Axel dir einen schönen Urlaub Robert ich hoffe du hattest einen schönen Urlaub und wir horchen uns tschüss tschüss das ist echt das ist vielen Dank ja ich hatte wunderschönen Urlaub ja die Sachen mit den ja gerade so wenn du so ich sag mal Sportsachen holst das sind ja wirklich Funktionsklamotten die ja dann on point passen müssen und so weiter ähm da musst du wirklich also da kannst du dich immer so ich glaube das kannst du gar nicht im Internet bestellen so da musst du reingehen in den Laden und so weiter gut mit den Klamotten aus den USA da hast du ja sowieso immer auch das Problem ähm gut jetzt mit wenn sie sich da verwaschen okay das kann dir auch hier in Deutschland passieren aber so diese Größenunterschiede und so weiter ist ja gerade nochmal bei den Amis da mit ihren Werten sowieso nochmal ein bisschen blöd für uns einfach sorry das merke ich genau an mir ich habe jetzt halt oder meine Freundin hat mir wir haben zusammen ein paar Klamotten jetzt gekauft und wir haben es wirklich gemerkt ich habe halt eine Größe ausprobiert also 4XL oder was das war bei den einen war es zu groß dann passt es bei dem anderen und bei dem anderen war es zu klein also genau dieser Punkt den Chris wahrscheinlich auch meinte du kannst von vielen verschiedenen Firmen dir Unterschiede die gleiche Größe kaufen aber du hast immer an sich eine andere Größe generell so entweder zu groß zu klein passt irgendwann hoffentlich mal ja das ist das Problem habe ich auch ja so ist das dann eine Freundin von mir die Vivian hat gerade noch live während wir gesprochen haben nochmal was reingeschickt und ich habe es auch noch nicht gehört wir hören mal rein was mir noch einfällt als Fehlankauf ist ein Rucksack ich wollte unbedingt einen ganz bestimmten Rucksack haben von der Firma darf ich auch eine Firma sagen? Hinschel egal jedenfalls hatte ich diesen wunderschönen Rucksack und er trägt sich total beschissen es ist nur ein großes Fach drin es ist keine Unterteilung zwischen kann ich hier einen Laptop reinmachen oder ein iPad oder Pipatopo irgendwas anderes nix und er ist einfach nur unpraktisch also das ist meine Top 1 sagen wir es mal so und 2 und 3 lass ich einfach raus das ist überhaupt nicht schlimm Vivi danke dass du mitgemacht hast ja Rucksäcke ich ich habe auch bin ehrlich gesagt so froh dass ich jetzt meinen Rucksack gefunden habe den habe ich jetzt schon zum zweiten oder zum dritten Mal irgendwie nachgekauft der ist halt jeden Tag in Benutzung der war im Urlaub dabei und so weiter und so fort Rucksack muss passen da muss gut verstaut werden du brauchst sinnvolle Taschen das muss alles sinnvoll passen die Geldbörse muss an der richtigen Stelle griffbereit aber auch geschützt vor fremden Zugriffen und so weit sein das sind so viele Kleinigkeiten also beim Rucksack bin ich auch extrem penibel muss ich sagen was ich dafür einhole weil das muss optisch gut aussehen ich will da auch nicht so einen Armeerucksack oder irgendwie sowas haben und keine Ahnung was und wie gesagt gerade diese Kriterien also bei mir war es genauso ich hatte auch erst viele Zeit so einen Armeerucksack getragen so einen schwarzen so ich weiß nicht wie viel Liter der hatte war eigentlich war eher wie so ein Sack war ganz okay aber irgendwann habe ich mir gedacht nee das ist für mich nicht mehr so funktionabel und dann habe ich mir halt bei Ebay nee bei Amazon so ein paar andere Sachen angeguckt und da habe ich dann irgendwie einen gefunden der dann wirklich viele Taschen hatte und auch so ein eigenes Laptopfach und ja ich liebe meinen Rucksack so wie ich ihn habe ja ich meine auf jeden Fall auch so hier ist Anna am Start gib ihm also meine Top 3 wäre Platz 3 mein aktuelles Telefon Samsung Galaxy Fold 3 oder Z Fold 3 unglaublich teuer ja grundsätzlich der Bildschirm perfekt toll tolle Technik funktioniert alles alles super top aber die Kamera ist so schlecht ich fühle mich in einem Zeitalter versetzt von vor 10 Jahren also unglaublich schlechte Kameraqualität für den Preis vor allem sollte man nie also ich würde nie wieder so viel Geld für ein Telefon ausgeben ja das ist auf jeden Fall meine Nummer 3 ganz kurz unterbreche ich mal ihre Nachricht Anna du bist aber auch erstmal ohne Scheiß du hast gesagt du fühlst dich zurück versetzt in vor 10 Jahren dein Handy hat das ist ein Club Handy du hast du hast da ein Club Handy du hast zwar einen riesen Bildschirm aber da ist ein Strich in der Mitte weil das ist ein Club Handy also ich habe das so im Augenwinkel auch gesehen was sie für ein Handy hatte und ich hätte mir das auch nicht gekauft erstmal so weil es halt zu groß ist und zum anderen ich weiß in etwa was es kostet hätte ich das auch nie ausgegeben ja ich finde das so furchtbar dieses Handy aber hätte sie mal eine ganz bestimmte Marke empfohlen die du und ich haben ach nein nein es muss ja geklappt werden das Club Handy scheint ja auch momentan wieder irgendwie in zu sein ich glaube ich habe noch so ein altes Motorola hier wo man das mal auch klappen kann ja es ist aber auch jedes Mal zum Beispiel wenn sie mir irgendwie ein Screenshot oder sowas schickt das ist ja so ein riesen Bildschirm der ist ja doppelt so groß wie uns du kriegst dann immer so einen breiten Screenshot zum Beispiel das hat also auch Auswirkungen auf andere User dieses Handy nein aber ich kann es natürlich komplett verstehen wenn du so viel Geld investierst und unabhängig davon ob das einen stört da mit dem Strich oder nicht man merkt ja dann gerade so bei der Kamera das ist halt schon ein echt wichtiges Element also da kann ich sie auch komplett verstehen und ja und das Ding dann auch zu verkaufen hat sie mir schon erzählt ist gar nicht so leicht weil die Macken sozusagen mit der Kamera sind bekannt auch bei anderen Menschen leider deswegen kriegt sie das richtig gut los leider keine Namen sollen wir mal gucken was ihr noch zu sagen hat Platz 2 ich glaube da spreche ich nicht nur für mich sondern grundsätzlich für so einige Frauen die sich dann Klamotten kaufen und sagen ach da passe ich irgendwann mal rein passt jetzt nicht zwickt da ein bisschen sitzt nicht gut aber ich will ja abnehmen behalte ich da passe ich bestimmt irgendwann mal rein ich habe einen halben Kleiderschrank voll solcher Klamotten das ist auch ein Fehlkauf und der etwas schlimmere Fehlkauf geht in die gleiche Richtung wie meine Nummer 2 bloß da kann man wirklich niemals reinpassen das sind Schuhe ich habe mir ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung ich habe mir früher regelmäßig Schuhe gekauft die im Angebot waren die es aber nicht in meiner Größe gab sondern eine Größe kleiner die ich dadurch natürlich nicht tragen konnte weil es dann ja natürlich weh tut an den Füßen genau um einfach nur diese Schuhe zu haben und weil sie im Angebot waren ich glaube das ist meine Top 3 und ich hoffe keiner denkt jetzt irgendwas schlechtes über mich weil ich mir Schuhe kaufe die mir nicht passen nur um sie zu haben ja das Problem habe ich ich muss mir auch Schuhe kaufen mit den Klamotten bin ich ganz ehrlich ist mir auch schon so gegangen jetzt muss ich mal ganz kurz gucken mein Discord ist hier gerade abgestürzt da ist er wieder hörst du mich wieder ich höre dich aber ich sehe dich nicht warte du musst deine Kamera an mein Discord ist kurz aus und wieder angegangen Kamera anschalten da müsstest du mich wieder sehen also das mit den mit den Klamotten kann ich auch komplett nachvollziehen also ich habe auch offenweise Klamotten im Laufe der Zeit irgendwann mal gekauft beziehungsweise bestellt besser gesagt das passiert mir dann wenn ich es im Internet mache und dann denke ich mir ach naja so viel fehlt ja gar nicht so viel fehlt ja gar nicht und dann habe ich die erstmal eine Weile so ungefähr aber sie passen mir halt überhaupt nicht so jetzt mittlerweile komme ich in den Genuss langsam dass mir wieder Klamotten passen die ich jetzt eine ganze Weile da habe liegen lassen ich habe ich habe ohne Scheiß ich hatte am Freitag im Büro ein Shirt an das habe ich 2001 das letzte Mal getragen nee 2000 2000 sogar nee 2001 das letzte Mal getragen und das war echt ganz interessant irgendwie so ein bisschen Retro-Gefühl aber Anna mit mit den kleinen Schuhen da bist du nicht die Einzige ich habe auch Probleme mit zu kleinen Schuhen denn ich habe selber eine Schuhgröße von 49 bis 50 und ich habe wirklich massive Probleme schöne Schuhe generell in meiner Größe zu finden schöne Schuhe vor allem ja schöne Schuhe ich muss ja auch irgendwie passen ich will ja nicht irgendwelche keine Ahnung ausgelutschten Schuhe oder so die scheiße aussehen das verstehe ich schon bei Schuhen bin ich auch extrem also ich bin zum Beispiel wenn ich eine Schuhmarke habe so dann gucke ich mal Tipps davon für Variationen verschiedene Farben und dann wird das einmal durchgekauft aber da sind wir Männer glaube ich sowieso ein bisschen leichter gestrickt ja so in etwa ja okay so und dann haben wir noch einen und das ist der liebe Chris hier seine Nummer 3 hallo ihr beiden auch von mir nochmal die Top 3 meiner Fehlkäufe und da ist auf Platz 3 ganz klar der Scheibenwischer Abzieher ich weiß nicht ob ihr den kennt das ist so ein Gerät was man kaufen kann womit man den Scheibenwischer nicht austauschen braucht sondern den so ganz ganz Millimeter vielleicht 1-2 Millimeter abziehen kann mit so einer Klinge und das soll bewirken dass dann der Scheibenwischer wie neu funktioniert totaler Schrott ich habe es jetzt paar mal schon versucht also du hast dann da Kerm drin und das ist ein bisschen wellig dann ist der Scheibenwischer nicht mehr ganz also so richtig geil war das Produkt nicht und dafür habe ich glaube ich 14 Euro oder so bezahlt die hätte ich mir auch sparen können das lässt man dann glaube ich reinfallen auf TV Werbung so rufen sie jetzt an sowas von also das hätte ich mir auch nicht gekauft vor allem wenn weil eigentlich ist ja die Gummilippe die dort dran ist die ist ja eigentlich gerade dafür so gemacht dass das genau passt eigentlich für deine Scheibe für dein Auto und wenn du da noch was abschneidest dann wird es natürlich noch beschissener das ist ja und wenn sie jetzt gleich anrufen kriegen sie noch ein zweites Set dazu wenn sie in den nächsten fünf Minuten anrufen kriegen sie noch ein drittes Set dazu richtig genau geben sie uns am besten gleich eine Einzugsermächtigung für weiß ich nicht was alles sehr schön Sendung Nummer 2 die Haushaltsbuch App die habe ich mir mal vor Jahren gekauft einfach mit mit der Hoffnung dass ich dadurch vielleicht mir sparen kann immer mal ab und zu mal aufzuschreiben was ich für Ausgaben habe und was für Einnahmen und gegenüber zu stellen wie viel ich vielleicht auch sparen kann das war so ein bisschen der Sinn dabei allerdings war die App so kompliziert gestaltet dass zwar ja dass das zwar das als Haushaltsbuch schon gelten konnte allerdings mit enormem Aufwand ich musste zum Beispiel immer wenn ich die App geöffnet habe musste man erstmal eingeben wie viel Geld hat man noch im Portemonnaie selber weil das als Bargeld sozusagen nochmal gezählt hat extra man konnte es auch nicht skippen oder so man musste dann immer einen Wert einschreiben dann musste man auch jegliche Kontobewegung in den ich glaube den letzten zwölf Monaten nochmal nachvollziehen für die App damit die App eben sagen konnte ja wie sich meine Finanzen entwickeln das wollte ich ja gar nicht ich wollte ja gar nicht eine Historie aufstellen sondern ich wollte ja für die Zukunft einfach ein Haushaltsbuch führen ja das war also alles so ein bisschen aufwendig dazu hat es noch Geld gekostet wie gesagt jetzt nicht so viel aber naja es war auf jeden Fall eine Fehlinvestition ich habe es glaube ich nach zwei, dreimal probieren habe ich es einfach wieder in den Papierkorb geschmissen und jetzt bin ich aber super zufrieden weil ich jetzt den Finanzguru ich weiß nicht ob ihr den kennt nutze und da ist es ja super easy gemacht ja genau ja genau also mit dem diese Finanz ich kann nur also was er da ausprobiert hat weiß ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht nachvollziehen aber ich hatte auch mal Spaßeshalber weil ich jetzt gesehen habe die wurde überall empfohlen und so guckt euch mal diese Finanzguru App an da ist bestimmt auch noch Alternativen für die auch bestimmt gut sind aber ich habe die mal ausprobiert habe die mal ein paar Wochen laufen lassen muss auch echt sagen das war schon krass was so diese App ja ich sage mal dir aufzeigt wirklich wo du stehst finanziell wo du hinkommst finanziell du siehst ja der checkt schon selber wenn du quasi eine Überweisung bekommst kriegst Geld oder gibst Geld weg dann ordnet der das schon ungefähr ein aha das gehört zu deiner Miete du musst es noch nicht mal selber zuordnen der erkennt schon es ist Miete fragt er und so ein Kram fragt er dann dein Konto ab oder so musst du deine Kontodaten ja genau du verbindest sozusagen ja ja das ist eben auch genau dieses Ding und das ist glaube ich so ein bisschen die Gefahr was ich auch daran sehe weil da gibst du wirklich alles Preis so vom Gefühl her aber von einer Struktur wenn man sagt okay man nimmt das an ist das schon echt eine gute Geschichte aber die andere App kann ich jetzt nicht nachvollziehen okay also ganz ehrlich ja hab die auch nicht mehr alles gut aber gerade bei sowas gerade wenn es um meine Finanzen geht ist das aus meiner Sicht so dass es wirklich niemanden angeht was ich für Finanzen habe weil ja es ist schön wenn man so eine App hat aber nicht automatisiert irgendwelche auf meine Konten oder sowas am besten du musst dann noch eine PIN oder so eingeben so eine Tannennummer und dann holen sie da alle Daten runter nee also nein das ist nicht meins ja und dann haben wir seine Nummer Uno Nummer Uno das ist kein Fehlkauf im klassischen Sinne sondern es ist so eine Art Oberthema was mich jetzt schon ja seitdem ich eine eigene Wohnung habe eigentlich begleitet und zwar sind das Zimmerpflanzen also ich weiß nicht wie viele Zimmerpflanzen ich in meinem Leben schon hatte irgendwie gehen die bei mir ein also ich kann machen was ich will ich versuche die regelmäßig zu gießen nicht zu übergießen habe da schon verschiedenste Methoden entwickelt habe die immer mal ans Fenster gestellt gucke wie die gedüngt werden müssen aber irgendwie sind Zimmerpflanzen auf Kriegsfuß mit mir ja also draußen im Garten die Pflanzen sind super alle aber Zimmerpflanzen das geht irgendwo überhaupt nicht wir haben uns jetzt vor drei Wochen zum Beispiel so ein Bananen Bananenpflanze gekauft mit so großen Blättern ja rat mal was jetzt nicht mehr hier steht also naja ist sehr schnell braun geworden ich weiß nicht was wir falsch machen aber auch da gibt es bestimmt Apps die man nutzen kann vielleicht ist das ja meine nächste Fehlinvestition da mal Geld reinzustecken aber jeder braucht ja irgendwie Zimmerpflanzen also ich versuche mich da zu bessern irgendwie da einen Dreh raus zu bekommen und vielleicht mit leichten Pflanzen mal zu starten also und nochmal vielen vielen lieben Dank für 50 Folgen dies das Ananas an euch beide ich hoffe es werden auch mindestens weitere 150 oder mindestens 50 aber am besten 150 Folgen so rum ja macht weiter so lasst euch nicht unterkriegen und ja wir hören euch sehr gerne dann ist mal vielen Dank dafür mein Tipp also ich habe einen grünen Daumen egal was ich für Pflanzen anfasse die wachsen und gedeihen und keine Ahnung ich gieße sie einfach nur ich lasse sie einfach nur da stehen kriege ein bisschen Sonne ab und gießen und Chris wirklich nimm es mir nicht übel wenn ich dir das jetzt sage aber lass es einfach kauf dir keine Pflanzen mehr du hast keinen grünen Daumen du hast den schwarzen Daumen oder wie Axel mir gerade ins Gesicht werfen möchte Plastikpflanzen oh Gott die musst du abstauben den Scheiß ja na gut okay abstauben oder Dingsen halt ist ja das gleiche aber ich kann deswegen Chris ohne Scheiß macht ja Künstler ich kann das komplett nachvollziehen ja jede Pflanze jede Pflanze die ich irgendwie betreut habe in meinem Leben ist eingegangen ich kriege das nicht hin bei mir ist es sogar so wenn ich mal versuche eine Pflanze zum Sterben zu bringen weil ich die nicht mehr was ja pass auf wenn ich die nicht mehr haben möchte dann dann bringst du sie zum Sterben ja dann ich schmeiß die doch einfach weg nein pass auf pass auf dich hungrig jetzt erstmal runter ja pass auf und irgendwann ja es ist dann so die geht dann so langsam so ein bisschen ein und dann ist die ist die schon so leicht umgeknickt aber so dass der ganze Stamm noch okay ist und dann denke ich mir trittst du nochmal nach spurtst du nochmal drauf nee und dann denke ich mir so ach das tut mir jetzt aber leid für die Pflanze dann gieße ich sie wieder und keine Woche später oder zwei Wochen später steht sie wieder da und ist wieder voll grün weißt du was du bist du bist ein Pflanzensadist Alter was bist du denn für einer hast du war ja bei dir noch nicht im Keller hast du da ein paar Pflanzen rum hast du da Pflanzen angekettet die werden jeden Tag von mir ausgepeitscht ja oh weia Alter nein nee aber so gesehen ich hab ich hab ich hab einen grünen Daumen Chris wohl nicht du auch nicht Axel lass jetzt einfach einen Tipp von mir kauft euch wie Axel schon sagte Plastikpflanzen damit werdet ihr glücklich ja also ich bin damit glücklich auf jeden Fall ja wunderbar dann machen wir folgendes das waren alle unsere Einsendungen erstmal vielen vielen Dank dass ihr alle mitgemacht habt immer wieder schön zu sehen dass die Leute da auch Lust haben sich auch zu beteiligen und das werden wir sicherlich in Zukunft auch wieder nutzen wenn wir dann wieder auch ein cooles Thema oder ein kleines lustiges Jubiläum haben und Robson jetzt sind wir aber erstmal dran mit unseren Top 3 und genau ich fang mal an mit meiner Nummer 3 würde ich sagen und zwar bei mir auf Platz 3 ich hatte das schon mal thematisiert hier im Podcast damals in so einer Folge die du und mein Bruder und ich gemacht haben ich hatte irgendwann mal bin ich auf die Idee gekommen ach bist du da was so ernst wenn man mal nur so in den Garten fährt zu Freunden oder so brauchst du ja jetzt nicht immer einen Rucksack mitnehmen und so weiter und so fort dann bin ich auf die Idee gekommen Mensch das machen doch die coolen Kids und Leute auch und auch so und ich dann so naja oh Gott ich weiß was diese Eastpack ja diese Eastpack Gürteltasche so hatte ich schon mal erzählt hier hab mir die dann bestellt hab mir die dann stand vor meinem Spiegel hab die so umgemacht so wie ich mir das vorstelle so und dann stelle ich fest verdammt ich bin ja schon 36 und hab die wieder abgemacht und hab gesagt Dankeschön das war's ich weiß nicht was mich da geritten hat Alter das war so dumm Scheiße ich hatte diese blöden diese Schnürchen die da dran waren die hatte ich schon abgeschnitten das heißt ich konnte es noch nicht mal mehr zurückschicken und dann auch Eastpack was mir ein bisschen mehr kostet naja mal gucken vielleicht kann ich auch mal vererben oder so also das ist meine Nummer 3 ich hatte gesagt ich hab nur 2 gefunden weil es ist so ein bisschen schwierig bei mir ich muss dazu sagen PS Plus wenn dir das was sagt ja Playstation Zusatz angeguckt ja genau damit du online zocken kannst also online zocken ganz okay aber irgendwie nur für nur für online zocken Geld ausgeben ist kacke weißt du du kriegst noch nicht mal was dafür deshalb liebäuge ich ja gerade schon mit bei der Xbox mit dem Game Pass weil da kriegst du ja noch ein paar Spiele extra und sowas ja du kriegst auch drei Spiele bei Playstation hier im Monat aber ganz ehrlich beim Game Pass hast du viel mehr und ja bevor du mich fragst ich werde in den nächsten Wochen auf eine Xbox umsteigen okay umsteigen heißt wirklich keine Playstation mehr also meine Playstation werde ich noch behalten aber mal gucken viel viel weniger jetzt einsetzen okay verstehe naja also Playstation Plus ist dann quasi dein Fehlkauf in dem Moment weil du hast es einfach nicht so genutzt wie es ja genau okay alles klar bei mir auf Platz 2 ist das gute alte Jamba Abo vielleicht kann man sich man müsste Gott das hattest du naja lass mich erklären man müsste den jüngeren Menschen die uns hören mal vielleicht kurz erklären Jamba war damals eine Geschichte wenn du hattest damals dein Telefon da konntest du quasi so polyphode Klingeltöne drauf machen also damit du mal unterschiedlichen Sound hast wenn es mal einer anruft so ganz kurz die Leute wissen doch nicht mal was mit polyphone Klingeltöne können wir einen polyphonen Klingeltöne hier einführen ja jetzt an der Stelle Achtung so das ist ein polyphoner Klingeltöne so pass auf so also damit das Handy dann so piep wie ich mir das vorstelle und nicht so einen Standardpiep hat hab ich dann irgendwann mal da sie sagt so ja jetzt hier komm ich hätte gerne diese eine Geschichte da dieses eine Ding schickt mir das mal und das war's ich glaube zwei Jahre oder drei Jahre später krieg irgendwann einen Anruf von irgendwie Jamba bla 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 die Stars wir wollten mal fragen wie sie die Punkte einsetzen wollen und weiß ich nicht was ich so was für Punkte naja sie haben doch bei uns das Jamba Abo sie haben doch damals den Klingelton bestellt ich hab ein Abo bei euch naja klar sie haben ein Abo abgeschlossen und sie haben weiß ich nicht so und so viele Punkte irgendwelche tausende von Punkten da jetzt irgendwie gesammelt und die können sie jetzt gegen irgendwas eintauschen oder irgendwie die wollten die wollten natürlich im Endeffekt dass ich irgendwas abschließe da irgendwelche neuen zusätzlichen keine Ahnung was ich dann so nee bitte löschen sie all das und rufen sie mich nie wieder an der war entgeistert am Telefon der so wie jetzt das alles löschen ich sage sie haben doch gerade gesagt ich hab da irgendwas gesammelt bei ihnen irgendwelche Punkte ja ja löschen sie die ist mir egal löschen sie mein Konto ich will da hier nichts mehr abbuchen und keine Ahnung was der war völlig entgeistert dass einer er hatte wahrscheinlich war das wirklich was wert das war wahrscheinlich wirklich irgendwas wert und das war mir aber so scheißegal weil ich scheiß doch drauf fuck you alter verpisst euch mit eurem scheiß Abo macht das Ding dazu und dann ist gut der hatte die überhaupt nicht verstanden in dem Moment ich so komm nutzt du das selber und übertrag dir das fertig aus okay also du bist du bist auf die Scheiße damals reingegangen ja ja bin ich reingefallen das ist meine Nummer 2 okay deine Nummer 2 meine Nummer 1 ne meine Nummer 2 ja ich sag mal so ich hab ihn damals gemocht als ich ihn hatte aber im Endeffekt war es einfach wirklich ein ganz großer Fehlkauf und zwar mein Minidisc Player kennst du Minidisc noch ja ich kenn das diese kurzzeitige Übergangserfindung da ja genau zwischen CD und MP3 Player also USB MP3 Player ich hatte damals eine Stereo oder genau eine Stereoanlage wo ein Minidisc Player mit drin war und dann hatte ich so gedacht boah geil kann ich ja aufspielen weil es waren wie CDs aber ja du konntest ja auch neu spielen aber wie gesagt ich hab mir das Ding dann gekauft und ja konntest du damit Musik machen aber keine Sau hatte irgendwie Minidisc Player dass du mal sagen konntest hey lass mal tauschen oder du konntest die Musik an sich nie auf Minidisc oder Alben oder so auf Minidisc kaufen sondern wirklich musstest du dir selber überspielen musstest du dafür Zeit wieder investieren und so nochmal Marken setzen dass du wieder springen kannst Alter naja nee 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 also Minidisc Minidisc ja Minidisc war ja so bach also hat sich auch nicht lange gehalten offensichtlich nee hat sich auch wirklich hat sich nicht lange gehalten da warst offensichtlich nicht nur du unzufrieden mit sehr schön ja bei mir auf Platz 1 ist folgendes und zwar ein man könnte es eigentlich Oberbegriff machen Fitnessstudio Beiträge aber da habe ich aber auch mal Phasen da habe ich die schon sehr gut genutzt aber ich habe einmal habe ich richtig ja also das lacht mich gerne aus ist völlig in Ordnung ist auch völlig berechtigt war wirklich dumm vielleicht kennt ihr diese Geschichte Speedfit und so das sind verschiedene Anbieter die dieses EMS Training machen so und wo du da quasi deine Elektroden an den Körper bekommst und so weiter und so fort und ich hatte dann so ein zwei Testprobetrainings gemacht war sehr begeistert und so war krass motiviert und habe mich natürlich dazu breitschlagen lassen den etwas günstigeren Vertrag nicht für einen Monat sondern für zwölf Monate abzuschließen günstig bedeutet aber am Ende dass ich ich glaube nach vier Wochen nicht mehr hingegangen bin und am Ende einen Zwölfmonatsvertrag an der Backe hatte der mich über 1000 Euro gekostet hat und damit habe ich einen riesen Fehlkauf für mich gemacht und habe für den Rest meines Lebens auch so eine Scheiße gelernt das wird mir nie wieder passieren irgendwas in dieser Richtung also nichts gegen EMS-Training und so also ich verstehe das schon das funktioniert da bin ich fest von überzeugt und ich habe es ja dann auch selber gemerkt aber ey wie dumm war ich da das ist mein riesen Fehlkauf ärgert mich bis heute ein Stück weit aber ich habe daraus meine Lernen gezogen und ja das ist deswegen ganz klar meine Nummer 1 das muss ich jetzt straight sagen und alles andere wäre Quatsch wäre gelogen ja also ich hätte ja auch mal ordentlich also ich bin ja eigentlich noch im Fitnessclub drin und ich kann den aber auch nicht mehr nutzen weil der jetzt nur noch im Marzahn zu nutzen ist und sonst nirgendwo anders weil ich kann sagen auch die Marke Cleverfit halt nur noch im Werder gibt aber da würde ich auch nicht hinfahren weil ich erst mal eine halbe Stunde hin brauche nee das ist halt die Scheiße jetzt habe ich bis August nächsten Jahres halt ein Fitnessstudio für 20 Euro oder 30 Euro im Monat naja gut aber wenigstens keine 1000 wie du im Jahr ja das war ja meine Nummer 1 jetzt hat auch was mit Fitness zu tun und zwar damals der erste Lockdown da war ich bevor der erste Lockdown kam war ich echt gut wieder im Training drin also hatte auch schon wieder angefangen Fett zu verbrennen und Figur langsam Muskeln waren schon wieder leicht aufgebaut und da habe ich gedacht ja du machst weiter den ganzen Shit aber ich wusste ganz genau wenn ich einmal zu Hause bin werde ich das nicht mehr machen gut was habe ich mir denn da gekauft für Sachen und zwar ich habe mir eine Yogamatte gekauft weil du musst ja dann noch ein bisschen auf dem Boden rumtonen und dann habe ich mir diese Fitnessbänder gekauft und ich glaube diese ähnlichen Fitnessbänder wie du wo dein Nachbar letztens bei dir geklingelt hat ja die hast du nicht genutzt seitdem pass auf die habe ich gekauft in die Ecke gestellt und nie benutzt die 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 Matte die Yogamatte habe ich glaube ich drei oder viermal benutzt für Rückentraining das war es dann aber auch ja okay verstehe und das war für mich so der größte Fehlkauf okay einfach aus Prinzip schon ich habe auch also ich habe auch so Yogamatte und so aber die habe ich schon ganz ganz häufig benutzt mache ich auch bis heute noch aber jetzt nicht für Yoga sondern halt für irgendwelchen anderen sportlichen Kram und so aber okay das ich glaube aber ganz ehrlich unsere Top Einsen die wir jetzt hier hatten und natürlich auch die anderen Einsen die wir jetzt vorhin schon gehört haben ich glaube da werden sich immer mal wieder Leute auf jeden Fall wiedererkennen wer hat nicht schon mal Geld für irgendwie übermotiviert für irgendwelche Sportsachen ausgegeben und wie hat das so Mundschul immer gesagt so alter der Deutsche wenn der anfängt wenn der Laufen für sich entdeckt dann presst er seine Würste da in irgendwelche Leggings rein in irgendwelche Radler und trägt die ganze Scheiße nur einmal und naja irgendwie so in die Richtung ja ja ich habe noch ich habe noch ein 1 plus aber das kann ich nicht direkt als meinen Fehlkauf abstempeln weil ich habe den nicht viel gekauft sondern das ist so bei mir steht hier in der Küche immer noch ist schon reserviert wird irgendwann mal übergeben an jemanden aber ich habe hier 25 Kilo Vogelfutter bei mir in der Wohnung schon seit einem Jahr oder so seit über einem Jahr aber was soll Vogelfutter rumstehen du hast doch nicht mal Vogel ja ich habe doch nicht mal Vogel genau ich habe auch kein Vogelfutter bestellt aber das war damit einmal da das war einer der beschissensten Tage überhaupt da war ich richtig krank gewesen hatte Fieber gehabt oder das war glaube ich sogar schon zwei Jahre her ich weiß ja nicht keine Ahnung das stört mich nicht weil das da wirkt was ich sehe Lena schöne Grüße wenn du das hörst lassen sie das endlich mal machen dass ich bei dir in deinen Kofferraum packe dann kannst du das dann in deine Vögel geben egal auf jeden Fall ich war krank gewesen war zu Hause hatte richtig schön Fieber gehabt und dann hatte ich noch eine Bestellung davor ich hatte mir so ein Rudergerät geholt bestellt Rudergerät 35 Kilo ich wusste dass das jetzt irgendwann in die Tage kommt aber klar der Typ unten klingelt ja ich habe hier Pakete für dich Pakete sagt er Pakete für dich kommst du runter musst du entgegen dem ist zu schwer er wusste schon ja okay das ist ein Rudergerät das kann ich jetzt nicht da muss ich ihm helfen ich also runter ja im Fieber waren ich hatte wirklich ich hatte Fieber gehabt und mir ging es ja nicht so gut so in dem Moment und schön mit Husten und allem drum und dran und dann packt er das da hin und sagt so ja ich bin dann gleich wieder da cool das nächste ich so wie das nächste ja du hast noch so ein großes Ding ich so hä ich habe nicht nachgedacht ich wollte nur wieder an mein Bett ich wollte weißt du und dann hat er mir das dahingestellt und sagte tschüss dann hatte ich zwei große Geräte einmal das Rudergerät und einmal das Vogelfutter aber alle hatten so verpackt ich habe das nicht aufgemacht da unten hätte ich mal machen sollen habe also das Rudergerät erst nach oben geschleppt bin wieder nach unten und habe dann das Vogelfutter nach oben geschleppt und habe dann irgendwann oben nachdem ich dann noch mal ein zwei Tage also geschlafen hatte dann irgendwie mich auskuriert habe habe ich reingeguckt und denke mir ich habe doch ja keinen Vogel ich habe doch keinen Vogelfutter bestellt da haben die einfach meinen Namen also mein Bestellding irgendwie draufgepackt auch so ein Paket was ja nicht zu mir hörte ich habe auch nachgeguckt und da jetzt aber die Frage ist das Rudergerät voll angekommen oder nur zum Teil und das ist jetzt bei jemand anders gelandet der Vogelfutter bestellt hat ey das Rudergerät ist gut angekommen auf jeden Fall das hat alles geklappt nee und ich habe dann auch keine Ahnung und ich habe dann dachte mir okay vielleicht bist du ja irgendwie in deinem Fieber hast du irgendwie Vogelfutter bestellt oder was bin dann bei meinem Amazon Konto rein na gut okay dann ist das jetzt so wird aber auch demnächst dann hier verschwinden aber naja da hat offensichtlich jemand anders einen Fehlkauf gemacht weil er hat offensichtlich Vogelfutter bestellt und das ist nicht bei ihm angekommen also wenn du das hörst durch Zufall noch kannst du das bei mir abholen ja so wir sind durch oder oder hattest du noch was nö ich bin durch na dann ja oder mit vielen anderen Axel ich habe bevor jetzt Schluss mache noch eine einzige Frage an dich Thema Schach glaubst du dass man da schummeln kann nur wenn man ein erweitertes Arschloch hat okay gut du hast die Story auch gelesen die ist schon durch sämtliche Podcasts gegangen Jan und Oli haben auch schon drüber gequatscht ich kenne die Story ich weiß worauf die hinaus will aber kannst du ja mal kurz erzählen genau es geht um wie heißt er Magnus Magnus Carlsen und Niemann Hans Niemann genau beide sind Schach Großweltmeister ernannte auch aber bei Herrn Niemann also bei Herrn Hans Niemann überlegen sie jetzt gerade ob das ob er nicht irgendwie betrogen hat bei 100 Partien und zwar stellt sich die Frage Online Partien hat er sich wahrscheinlich noch einen Rechner daneben gestellt hat da noch ein bisschen die Züge mit berechnen lassen aber wie wie cheat ist also genau wie cheatet man denn eigentlich wenn man jetzt so voreinander sitzt also im Live da kommt jetzt die ganz große Theorie dass der Niemann sich ein Schachcomputer gebaut hat ja wie soll man sagen sehr klein und sich den dann hinten anal eingeführt hat der dann vibriert der dann wie Morse Code sagt pass auf du musst so und so jetzt springen finde ich schon ein bisschen krass wenn man schon so weit geht um zu betrügen ja das ist schön das ist wunderschön ganz Unrecht habt ihr vielleicht nicht ich finde das auch so also ich habe die Story auch gehört und dachte mir so alter was wie weit gehen denn bitte die Menschen da und keine Ahnung was also das ist ja wohl jetzt nicht bewiesen oder irgendwas in diese Richtung aber das ist halt so wie du schon sagst die Theorie war also dieser Vorwurf dann in dem Moment genau der da irgendwie im Raum steht also ich wittere da eine ganz ganz große Netflix achteilige achteilige Doku warte mal ab wie die Story noch ausgeht was da dann noch kommt wir sollten Netflix im Auge behalten sag ich mal noch einen kleinen Tipp für euch von mir wenn ihr mal was gucken wollt guckt euch mal bitte auf Netflix die Doku über die GameStop Aktie an das war in den letzten Jahren so ein ganz großes Thema wo die Aktie auf einmal sehr hoch stieg von 7 Dollar auf über 500 Dollar guckt euch mal an ich habe es damals ein bisschen mitbekommen jetzt habe ich es mir mal genauer angeguckt es ist in drei Folgen sehr gut beschrieben wie der Markt ganz stark manipuliert wurde Dankeschön für diesen Tipp dann gebe ich auch noch einen Tipp raus auch eine aktuelle Doku bei Nepal bei Netflix Nepal im Schock die Folgen des Bebens am Mount Everest dreiteilige Doku vom 2015er Beben damals in Nepal wahnsinnig spektakuläre Bilder Überlebensberichte also von Leuten die überlebt haben und so weiter krasse Bilder weil die da auch alle ihre Buddycamps dabei hatten und so du siehst einfach mal eine riesen Lawine auf dich zukommen und weiß ich nicht was also das ist wirklich sehr spektakulär okay gut ich denke damit sind wir heute durch es hat heute mal wieder sehr viel Spaß gemacht wir sind heute mal richtig lang geblieben Axel wir haben heute richtig viel besprochen hat heute wieder wie gesagt schon richtig viel Spaß gemacht ja ich bin Robert ich sage jetzt einfach mal Tschüssi Kowski bis zum nächsten Mal ich wünsche Axel einen wunderschönen Urlaub und die letzten Worte gehen heute an den Axelman danke dir wir hören uns alle wieder am 1. November bleibt alle gesund bleibt fit Rest in Peace Coolio Peace Peace Wollt ihr Infos die kein Mensch braucht dann schaltet wieder ein mit Axel und Robert habt ihr Spaß und so sollte es sein ti-s-däs-däs-däs-Ah-N-A-N-A-N-A-S moet wieci 真的 Teams Ananas, die ist das Ananas Ananasnass schmeckt ganz gut